Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust ansteigen, Thesen garantieren die Spoiler frei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Carly und Max. Hallöchen. Hallo. Ja, Carly, du hast in unserer heutigen 166. Folge einen Film mitgebracht. Das habe ich wohl getan, ja. Ich weiß noch nicht welchen. Genau. Ja, ich habe gedacht, das war ganz witzig, dass wir es mal raten. Ich habe einen Film ausgesucht, der meine beiden Lieblingsgenres kombiniert. Weißt du, welche das sind, Max? Wird es etwa ein Musical-Kriegsfilm oder was? Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist richtig, ja. Und zwar ist es eines der erfolgreichsten Musicals auf amerikanischem Boden. Und das Besondere an diesem Musical ist, dass es sowohl auf der Bühne als auch in der Filmung sehr, sehr erfolgreich war und in Deutschland nie erfolgreich Fuß fassen konnte. Übrigensweise in Deutschland relativ unbekannt ist tatsächlich. Irgendwas mit Pacific im Titel? Also ist es richtig, Max? Du bist gut? Ich weiß sogar nicht. Es gab auch einen deutschen Titel, ne? Ja. Aber ich komme, also ich habe ein Bild vor Augen von dem Cover sozusagen, aber ich, South Pacific, in the Pacific? South Pacific ist richtig und in Deutschen ist es wörtlich übersetzt. Süd-Pazifik? Genau, wir gucken heute Süd-Pazifik, yeah. Und zwar ein Musical von Richard Rodgers und Oskar Hammerstein, den zweiten. 1958 erschien. Habe ich selber noch nicht gesehen, habe ich schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Ich habe mir die DVD damals in London auch gekauft. Ja, das steht sie jetzt auch schon seit, glaube ich, zwei, drei Jahren rum. In London. In London und hier bei uns auch, je nachdem. Und ich habe das Musical selber auf der Bühne noch nicht gesehen. Wie gesagt, in Deutschland ist es auch relativ unbekannt. Habe mal ein ähnliches gesehen, was ungefähr, also was, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber das hat halt ein ähnliches Thema gehabt. Da ging es um die, das war eine Musik auf der Bühne, eine Verfilmung von diesem einen ganz bekannten Film. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Da sind wir jetzt schon ein Stückchen näher an der Gesachenschichte. Ja, da komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Ich würde jetzt gerne den Titel sagen, aber ich komme jetzt da echt nicht drauf. Nämlich, also trotz, so specific, ich habe von, also ich sage jetzt mal, Rodgers und Hammerstein sind ja recht bekannte Namen. Sagt ihr auch was, ne? Ja, mit, äh, meine Lieder, meine Träume, ähm, na, wie heißt der richtig im Englischen? Sound of Music. Sound of Music, genau, ja. Also, glaube ich, mit so das Herausragende von denen, oder das bekannteste. Aber es ist ja eine endlose Anzahl an Geschichten, die so gemacht haben da. Na, ich finde, der König und ich ist auch noch recht bekannt. Stimmt, ja. Na, oder Oklahoma. Oklahoma ist auch eher auf amerikanischem Boden, aber, ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal drauf gestoßen. Und das habe ich auch schon mal an den Boden gesehen in Deutschland auf einer Bühne. Also, von daher habe ich große Erwartungen. Der Film ist tatsächlich auch nicht der kürzeste. Da haben wir jetzt gleich zweieinhalb Stunden Sichtungszeit vor uns. Ähm, ja. Hast du irgendwelche Erwartungen oder Gedanken? Oder was sagst du jetzt zu der Auswahl, dass Kali mal einen amerikanischen Film mitbringt und mal keinen asiatischen? Ja, aber ich springe jetzt hier recht, äh, unvorbereitet rein. Ich, äh, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich nur dieses Cover ein bisschen so vor Augen. Und, äh, ich nehme mal an, irgendeine Liebesgeschichte. Keine Ahnung. Im Krieg, Zweiter Weltkrieg. Ja, genau. Keine Ideen weiter sonst, ja. 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 Kannst du dich drauf freuen? Das geht jetzt los. Na, dann gucken wir jetzt South Pacific. Südpazifik. Und schon sind wir zurück aus dem Südpazifik. Toller, toller deutscher Titel. Ich meine, der Originaltitel ist ja das. In der Hinsicht ist er wirklich mal genau getroffen. Ja, aber ich finde es aber schlimmer, wenn sie teilweise, wenn es ein ganz aussagekräftiger englischer Titel ist und da kommt manchmal so ein deutscher Titel, der irgendwie gefühlt zehn Wörter geht und der überhaupt keinen Sinn ergibt, dann habe ich das doch lieber so. Ja. Aber wie gesagt, Südpazifik ist ja nicht so bekannt, tatsächlich. Ist nicht bekannt, meinst du? Glaubst du, dass irgendjemand, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen, dass irgendjemand von den Leuten, die uns abonniertmäßig hören, den Film schon mal gesehen hat? Ja oder nein? Weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht eines der Musicals, was jetzt öfter mal im Fernsehen auch so kommt, dass man mal dabei gestolpert sein könnte. Das kann ich nicht einschätzen. Es kommt auch wie Sehgewohnheiten an. Also bei mir ist ja so, ich habe ja meine... Ja oder nein? Weiß ich nicht. Also ich glaube auch eher nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht, also ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass irgendjemand so in der US-Geschichte rumwandert, in der US-Filmgeschichte, aber andererseits zu Musicals, da gibt es ja das leider öfter mal diese Vorurteile oder dieses, naja, naja. Es gibt auch Filme, in denen viel gesungen wird, aber die guckt man nicht. Wie dem auch sei, South Pacific ist ein Film, der spielt im Zweiten Weltkrieg und gemeinsam mit... Was denn? Willst du noch irgendwas sagen? Oder... Achso, du wolltest noch sagen, welches Musical du vorhin meintest. Ja, das ist mir jetzt wieder eingefallen tatsächlich, weil ich vorhin nicht drauf kam. Und zwar hatte ich ja vorhin erzählt, gerade eben für euch, dass ich ja sozusagen eh nicht ein ähnliches Musical mal gesehen habe auf der... Und das war From Here to Eternity oder im Deutschen Verdammt in alle Ewigkeit. Burt Lancaster? Burt Lecker in Lancaster, genau. Ganz bekannter. Ich glaube übrigens, dass ich von dem das Cover mir im Auge, im Kopf vorgestellt habe, weil ich... Hast du mir denn die DVD gezeigt? Und das hat bis zu mir gedacht, nein, nicht mein Gedanke gewesen. War dein Gedanke, ein Paar, das am Strand, der in der Welle liegt? Ja, dann ist es Verdammt in alle Ewigkeit, dann hast du recht. Ja. Und das habe ich halt schon mal als Musical gesehen tatsächlich. Das lief halt von 2013 bis 2014 im West End, in London direkt. Ich habe es dort nicht gesehen, wenn du mich gerade so große Augen anguckst. Dadurch, dass ich ja so eine Musical-Mitze bin, habe ich halt neben dem klassischen Netflix und Vicky natürlich auch noch den Broadway-Kanal abonniert, aber im Stream. Und da sind dann solche, sind dann gerne mal Aufnahmen von abgesetzten, oder nicht mehr aktuell laufenden Inszenierungen vom West End und Broadway immer wieder dabei. Das sind immer richtig schöne Sachen, weil man auch mal ganz andere, diese große Stars wie Orlando Bloom oder Ian McKellen relativ häufig auch mal auf der Bühne sehen kann, auch wenn es auf dem Bildschirm dann passiert, aber lieber so, als wenn man halt nicht dabei sein konnte. Und ich weiß, dass ich vom Here to Eternity habe ich... Also ich habe den Film noch nie gesehen, verdammt in alle Ewigkeit. Und ich habe damals das Musical gesehen. Ich fand das Musical unglaublich stark und habe mir auch natürlich gleich vom Musical selbst den Soundtrack untergeladen. Und da gibt es echt so einige Ohrwürmer, die unglaublich gut sind. Und also falls jemand mal Lust hat, sowas zu entdecken, dem kann ich tatsächlich vom Here to Eternity als Musical-Variation empfehlen. Die ist, wie gesagt, zum Download verfügbar. Kommen wir zu dieser Frage, die ich mir, glaube ich, fast selbst beantworte, weil ich glaube, Burt Lancaster ist nicht der größte Sänger. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Ist die Verfilmung, verdammt in alle Ewigkeit, ein Musical oder ist das ein, in Anführungszeichen, normaler Spielfilm? Ein normaler Spielfilm. Das ist ja eine Romanverfilmung tatsächlich. Wird ja mal interessanter. Gut, haben wir das auch noch geklärt? Ich würde sagen, muss ich den Film bis heute nicht gesehen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es so ist. Bald in der Wiederaufführung, verdammt in alle Ewigkeit. Und damit kommen wir jetzt zum Versuch, den Inhalt von South Pacific zusammenzufassen. Ich könnte auch den englischen Text von der DVD-Hülle vorlesen, aber den fand ich nicht so berauschend. Ich versuche mich selbst. Wir sind im Zweiten Weltkrieg. Es wird nicht genau gesagt, wann es uns spielt. Völlig berauschend sind wir im Süden Pazifik. Und gemeinsam mit Lieutenant Joe Cable fliegen wir zu einer Insel. Diese Insel bin ich mir gar nicht sicher, wie die heißt. Die eine heißt Mary Louise, die andere heißt Bali High. Auch die Insel, auf der die sind, habe ich schon wieder vergessen. Dort landet er und er ist dann eigentlich gar nicht so unbedingt die Hauptfigur lustigerweise. Da geht es dann nämlich mehr um die Krankenschwester Nelly Forbusch, gespielt von Mitzi Gayner. Bei der ich der Meinung bin, die kenne ich ungefähr, aber ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Und Joe Cable hat eigentlich den Auftrag, auf der Insel, auf der er landet, soll er mit einem französischen Plantation Owner, also eigentlich Plantagenbesitzer, aber das sieht mir nicht so hundertprozentig nach. Ich habe eine andere Forschung, was Plantagen sind, aber eigentlich ist es wahrscheinlich das Gleiche. Plantagenbesitzer Mr. Emil de Becq, gespielt von Rossano Brazzi, also wahrscheinlich ein waschechter Franzose. Den soll er kontaktieren, weil der Kontakt hat auf eine andere Insel, die in Feindeshand ist, also ein japanischer, um dort eben geheim zu gucken, was denn die Japaner so treiben an Land, vor allem zu Wasser, aber vielleicht auch in der Luft und vielleicht auch an Land. Und soll das eben übermitteln an dieser andere Insel. Und ja, das dauert eine ganze Weile, bis dieser Auftrag, oder ob dieser Auftrag überhaupt ins Rollen kommt. Vielmehr steht dann im Vordergrund die amorösen Avancen zwischen Nelly Forbusch und Mr. Emil de Becq. Ja. Das so als Anfütterung. Habe ich was vergessen? Naja, für eine Inselangabe ist es okay. Also wir können auf jeden Fall eingrenzen, dadurch, dass die Japaner sich ja schon im Krieg befinden, dass es ja dann irgendwann ein 42 an bis 45 sein kann. In diesen drei Jahren. Wird es spielen? Ja. Also ich meine, das genaue Jahr ist mir eigentlich auch fast lax, weil es eben so halb ist. Ich fand es ja tatsächlich ein bisschen überraschend, weil wir mit dem Joe Cable ja sozusagen einsteigen. Und so gedacht so, ah ja, guter Weg, um das so einzuführen, die Situation, die ungefähre Lage. Wir kriegen ja auch erstmal nur so halb mit. Er sagt ja gar nicht so genau, was seine Mission ist. Er fragt den Piloten, ob er den und den Typen kennt? Ja klar. Den kennt er natürlich, wo ich so dachte, ja, der Pilot ist ja anscheinend immer auf, weil es kennt alle und so. Um dann eben sozusagen diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, dass dann eben die Nelly und in Kombination mit Emil dann so in den Fokus rücken. Und also diese Mission, die wird ja bis weit in den zweiten Teil mindestens aufgeschoben. Und das zur halben Stunde. Also das ist ja dann wirklich schon so, ich habe ja gedacht, ah, es ist eben eher so Drama, vielleicht ein bisschen Melodramatisch, aber vor allem eigentlich so Liebesgeschichten. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder einfach als gegeben hinnehme. Also ja, John Cable, das ist ja für mich sozusagen, wenn ich so ein Drama-Sachen, Begriff mal sagen kann, der Second Lead. Den fand ich ja unglaublich spannend. Also ich habe immer einfach so gedacht. Spannend oder meintest du etwa, möchtest du mit spannend sagen, gut aussehen? Ich weiß nicht, gut aussehen. Das muss man dem Film ja mal lassen. Also weil er beschäftigt sich ja auch, die Form werden vielleicht noch ein bisschen weiter sprechen mit dem Thema Rassismus und solche Geschichten. Aber auf der Sexismus Ebene kann man definitiv mal festhalten, hier sind es die Männer, die oben ohne viel rumlaufen. Allerdings. Und ich fand den Film auch sehr ansehend. Ja, sehr schöne Naturaufnahmen. Die Perspektiven sind sehr schön hier. Die Landschaften. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand auf jeden Fall, ich fand schon, dass der sehr gut aussah. Und ich fand aber auch, der hat mich so an Tobey Maguire in Blond erinnert, so von der Augenpartie her so ein bisschen. Also ich hatte auf jeden Fall einmal kurz diesen Gedanken auch, weil ich habe ja gestern noch Great Gatsby mal wieder geguckt, die neueren. Achso, das ist ja. Ja, aber bei mir ist es einfach, bei mir ist es allgemein so, wenn ich sichte, dass ich natürlich Leute, also junge Leute oder Leute in meinem Alter oder jüngere Leute, mich eher mit denen identifizieren kann, als wenn es ältere Leute sind. Deswegen war es mich so enttäuschend, als ich den gesehen habe und dann habe ich mir das DVD-Kammer angesehen und wusste, der alte Mann ist ein alter, kleiner Mann in der Hauptrolle sein. Und das war ja dann auch so, der Italiener, der einfach mal in der Rechnung, so wie sich das dargestellt hat, von Informationen, die der Film gegeben hat, 37 sein sollte, aber ich hätte da jetzt mal so spontan zehn Jahre raufgeschlagen. Ja, also ich hätte gedacht, eher 73 als 37. Also 73 auf jeden Fall noch nicht, aber mindestens 50 plus. Ja, also das war halt dieses, okay, mit 22 hat er den einen umgebracht und 16, dann ist er gleich geflüchtet, 16 Jahre ist er hier. Nee. Hat er, mit 22 hat er das gesagt, das habe ich irgendwie, ich hatte es so verstanden, als Jugendlicher noch. Naja. Nee, also 22 ist er geflüchtet. Das hat dann der eine gesagt und dann hat er gesagt, er ist seit 16 Jahren da und da kann man ja das hochrechnen. Das wäre dann, ach nee, gut, dann habe ich eine Zahl für euch einen Rechenfehler. Du bist dann 38. Naja, aber nichtsdestotrotz. Du hast durch die Zeit gereist. Ja, aber nichtsdestotrotz, never. Wurde, also vielleicht habe ich es überhört, ich hatte mal eine Phase, wo ich nicht hundertprozentig intensiv konzentriert war, weil mir die Augen zugefallen sind. Wir haben das heute relativ spontan entschieden, diesen Podcast zu machen. Ich war nicht darauf eingestellt, am Nachmittag einen Film zu gucken. Ja, aber das heißt relativ spontan. Ich war zum Podcast verabredet für Serienoase und dann ist da die Technik komplett flöten gegangen bei meiner Partnerin und deswegen habe ich gesagt, euch haben wir auf Podcast eingestellt. Max, hast du jetzt Bock? Ja, Max so, ich wollte eigentlich Mittagsschlaf machen. Naja, schieben wir das. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wurde einmal gesagt, ob er, also er ist dann eben in den Südpazifik irgendwie mit Boden, das wurde gesagt, das habe ich mir gekriegt, aber wurde mal was gesagt, ob er Geld dabei hatte oder so, weil für mich war es so, ja, er ist jetzt geflüchtet und du wirst ja nicht einfach so, wenn du flüchtest und dann auf irgendeiner Südsee-Pazifik-Insel landest, wirst du ja nicht einfach so Plantagenbesitzer. Ja, aber das haben sie ja ganz am Anfang geklärt oder weggeschoben, indem sie gesagt haben, ja, dass er dann halt durch einen glücklichen Zufall zum Plantagenbesitzer wurde und reich wurde, aber keiner kann sich erklären, was es ist und warum und das weiß halt keiner, was dahinter steckt und das wird auch bis zum Schluss auch nicht gesagt. Okay, gut, damit kann ich leben. Ja, also was haben wir denn da für ein Szenario? Wir haben, im Grunde haben wir da, kommt ja dann der Lieutenant Cable auf diese Insel, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie überhaupt den Namen gesagt haben, auf der Insel selbst, die haben immer nur von der Nachbarinseln geredet und dort findet er sozusagen an die ganzen Soldaten vor, angeführt von dem quirligen Luce, die eigentlich die ganze Zeit beklagen, dass es keine Frauen gibt und dass sie sich halt langweilen, dass sie nichts zu tun haben, weil sie auch nicht im Kampfgeschehen beteiligt werden können und nichts, weil halt passiert nichts und dementsprechend helfen sie dann den Souvenirhändlerinnen, was ist denn das hier, so dieses Strohröcke nach Hawaii-Style und so zu knüpfen oder zu nähen oder so, weil sie einfach nichts zu tun haben und aus diesem tristen Leben ausbrechen wollen? Das ist eigentlich im Grunde, behaupte ich jetzt mal so, von den paar Kriegsfilmen, die ich kenne, ist das ja durchaus eine nachvollziehbare Schilderung des Kriegsalltags, dass du eigentlich die ganze Zeit da nichts machst, bis dann irgendwann mal der Einsatz kommt und dich dann natürlich langweilst und es eben männliche, hormonelle Bedürfnisse, die dann nach einiger Zeit auftreten, weil du eben auch nicht den ganzen Tag nur Football spielen kannst und dich mit anderen Männern im Sand fälzen oder so. Ja, sie fand es auch interessant, als er nochmal gesagt wurde, auch wenn es aus dem Nichts kam, als sein Lieutenant Kebel bei der Hälfte aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wegen seiner Malaria, das fand ich manchmal nochmal ganz interessant, weil ich das fand ich auch mal ganz realistisch, weil mein Vergleich dazu ist natürlich dann die Mini-Serie The Pacific und wenn die dann halt im Lager mal sind, haben sie natürlich alle sozusagen nochmal mit diesen Nachwehen der Verletzungen, die sie hatten, zu kämpfen oder Krankheiten zu kämpfen oder ähnliches. Und da war der Arm, natürlich versuchen die das lustig zu gestalten, aber natürlich sind viele dann halt vom Krieg so gezeichnet und dass es natürlich in so einem Musical jetzt nicht solche Figuren gibt, das ist schon klar, man muss ja die Moral steigern. Ja, ich meine, das ist ein interessanter Punkt, es kommt in der zweiten Hälfte, also nach der Intermission auf jeden Fall, kommt dann einfach mal, ah Joe, wie geht's dir? Wir denken so, ja, wieso, was soll denn sein? Und dann, ah, Malaria gut überstanden. Okay, ich habe kurz überlegt, ob ich die Szene nicht mitbekommen habe, aber als du dann sagtest, hä, wann war das denn, habe ich gedacht, okay, gut, ich bin fein raus. Der Punkt ist, dass sozusagen Joe, der auf eine dieser Nachbarinseln eben kommt und sich in eine der einheimischen Mädchen verguckt, verliebt. Das ist ja untertrieben, er wird von der Mutter verkuppelt, aber auch wirklich auf fieseste, perfideste Art. Ja, auf jeden Fall, dass eben damit verbunden wird mit dieser exotischen Schönheit oder einerseits die Schönheit des Exotischen, des Fremden, aber gleichzeitig eben auch die Gefahr, eben in Persona, in Form von Malaria, also dass die Krankheit auch in diesem Unbekannten lauert, also dass das nicht einfach nur ein schönes Paradies ist, sondern dass das Ganze in Anführungszeichen einen Haken hat. Ja, das ist dadurch auf gewisse Weise erzählt, auch wenn das tatsächlich eher so am Rand ist und wir gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt erkrankt. Aber ich hatte auch ein, zweimal, habe ich uns kurz überlegt, oh, jetzt ist aber schon ein bisschen Zeit vergangen, oder? Das ist jetzt nicht gleich der nächste Tag oder noch derselbe Tag. Ja, das wird aber noch gar nicht gesagt. Ich glaube auch, dass da größere Abstände in der Serie sozusagen vor sich hin tropfen, dass halt viele Sachen keinen Sinn ergeben, wenn es so kurzfristig minimiert gewesen wäre. Aber ich fand auf jeden Fall die Idee ganz interessant, dass er ja sozusagen, also der Lieutenant Kabel, der wirkt ja sehr, sehr pflichtbewusst, sehr ernst teilweise, also sozusagen zielorientiert, und dass er sich dann halt von dem quirligen Lucer so mitreißen lässt, dass er dann dort hinfährt und sich dann von der Oberchefin da wegziehen lässt, um dann von der eigenen Tochter verkuppelt zu werden. Das ist ja dieser klassische, also das ist ja kein neues Motiv. Das ist ja dieses, oh ja, jetzt sehen wir uns und das ist Liebe auf den ersten Blick. Und das ist ja für ihn Liebe auch auf den ersten Blick und alles. Und dass eben vor allem eine Heirat dann aus Liebe wäre und nicht eben eine Heirat nur aus, weil irgendjemand möchte, dass sie da jetzt verheiratet wird oder so. Ja, aber ich meine, das fand ich auch interessant, weil diese Liebe ja dargestellt wird, aber gleichzeitig haben sie ja diese Sprachbarriere, weil das Mädchen spricht ja nur Französisch, er spricht ja nur Englisch und halt nur ein bisschen können sie vom anderen machen, aber letztendlich kommunizieren sie ja nicht wirklich außer körperlich. Da frage ich mich dann auch, also fand ich das dann auch ein bisschen ironisch, als wenn die Mutter, also wenn die beiden rumgeküftet haben und das Lied gesungen haben, wir haben ja Talk, Talk, Talk hier, dieses, wenn man miteinander kommuniziert, dann ist es ja auch schon so, dann ist das ja das Perfekte, wo ich dachte so, ja, dann dürfen wir ja gerade nicht heiraten, wenn es danach geht in diesem Fall. Ja, das ist dann die Sprache der Liebe, deswegen versteht die sich. Aber wo wir gerade bei der Szene sind, ich war dann total irritiert, als dann die Mutti meinte so, ja, jetzt will der Franzose sie heiraten, und er so, nein, 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 dann musst du sie heiraten. Wo ich dachte, das ist ja ein fieser Trick von dir. Hat sie da diesen, den Franzosen gemeint? Nee, nee, es war ein anderer Name. Okay. Habe ich zwar schon direkt wieder vergessen, aber es war auf jeden Fall ein anderer, ja. Naja, genau. Also, weil du jetzt gerade sagst, Joe Cable wirkt irgendwie so ernst oder pflichtbewusst. Wir kriegen natürlich auch vor allem eben hier Luther Willis und die anderen, ich glaube, das sind die Leute von der Navy, ne? Also, dass die tatsächlich... Das ist doch alles Navy da. Ne, 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 also ich bin jetzt auch nicht immer sicher, aber ich glaube, Marines sind ja nicht Navy, sondern... Ja, aber wer ist denn da Marine? Na, ganz zum Schluss nachher, wenn die Soldaten kommen, also wenn die hier am Strand sind, wo Willis sagt, hier, wir möchten gerne den Franzosen rausholen aus der Insel mit einem kleinen Ablängungsmanöver, dann kommen sie doch auch hier. Da sagt der einen zu ihm, ne, ihr seid Navy, ihr geht bitte da rüber. Wir sind hier die anderen. Na gut, aber alles am Anfang, eine Grundteilung, das ist doch alles Navy. Ich weiß nicht, ob, also ich bin mir nicht sicher, ob Cable von der Navy ist, tatsächlich. Das habe ich, aber... Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus eigentlich, dass die Navy-Jungs, die wir da eben erleben, die dann eben da hirn schmettern, ah ja, es gibt nichts Schöneres als eine Dame und jedes Problem, das der Mann hat, kann gelöst werden, wenn er eine Dame hat und so, dass sie dadurch natürlich schon eher so ein bisschen locker, fröhlich gezeigt werden, was aber schon ein bisschen auch mit dem Umstand zusammenhängt, dass sie da eben in so einer Karibik-Insel, oder nicht Karibik, aber Südsee-Insel sind, was natürlich auch nochmal einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Das ist da eben ziemlich gut, dass so aufgebaut wird, die unterschiedlichen Einstellungen, sage ich mal. Das liegt aber auch wirklich... Ich meine, das ist ja auch viel schon hierbei, aber ich finde, dass sie trotzdem sehr paradiesisch gehalten sind, ein paar richtig schöne... Da waren noch ein paar schöne, richtig schöne Kulissen, vor allen Dingen, wenn sie dann auf dieser Bali-Nai oder Tai... Bali-Nai, Hai, Hai, Bali-Hai. Bali-Hai-Insel sind, wo dann halt auch das Mädchen und so lebt, wo sich mit Kabel sozusagen sein Liebesglück findet, in Anführungsstrichen. Das fand ich sehr, sehr schön dargestellt, bei diesen exotischen Pflanzen und allem. Weil ich trotzdem danke dafür, dass es ein Studio-Film ist, also ein Film von Fox oder vertreten über Fox, dann finde ich eigentlich, dass es gerade eben nicht so viel Studio war, sondern ziemlich viel auch so unter freiem Himmel tatsächlich. Also da war ich auch ein bisschen überrascht. Und gerade so ganz offensichtlich da irgendwie auch Hawaii, hatte ich jetzt noch bei der IMDb geguckt, die wir in den Drehorten gedreht haben. Also es ist ja schon wirklich... Ich meine, ja, auch da wird es mal Wetterumschwünge geben oder so, aber wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Sonne als an manch anderem Ort. Dass du da vielleicht eher mal so die Drehbedingungen hast, aber fand ich trotzdem sehr, sehr interessant. Und auch, wenn manche Matt-Paintings dabei waren, eben wie hier bei Bali-Hai, wo ich ganz lange überlegt habe, oh, na, die Welle bewegt sich noch, aber der Himmel ist definitiv gezeichnet. Aber fand ich trotzdem sehr stark gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass das im Kino ziemlich geil rüberkommt. Das habe ich schon gedacht, als dann das Eröffnungsemblem kam und das Haus per Pacific hingeknallt. Ich muss auch so lachen, als dann hier aus dem Flugzeugfenster guckt und meint so, oh, das sieht ja aus wie Maine. Wo ich hatte so ein, nee, hieß aus wie Isla Sona. Es ist interessant, dass sie sehr viele, ja, nicht Kleinstädte unbedingt, aber sehr viele US-Städte so benannt haben in dem Laufe des Films. Also, dass sie eben hier aus Little Rock, Arkansas kommt. Es geht um das Philadelphia Girl. Aber das ist so typisch. Mit Maine und so. Naja, aber das ist einfach mein Gedanke, dass man dadurch irgendwie noch einen Bezug findet oder dass Zuschauer aus jedem Teil Amerikas sozusagen dann einen Bezug da zu finden können und denken, ja, ja, auch bei uns wurden die Jungs damals eingezogen oder so. Das auf jeden Fall. Aber das ist ein typisches Ding, was bei Rogers und Hammerstein-Musicals immer drin ist. Also, das ist immer einen sehr starken Bezug zu Amerikanern. Ja, und was ich jetzt gerade gesagt habe, mit Bad Paintings. Und unvermeidbar ist natürlich die Kraft dieser Farbfilter. Ja, allerdings, die Farbfilter sind sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, als wir am Anfang noch diese, ich sage jetzt mal, liebevolle rote Welle sehen. Ja, die rote Flut. Das Bild war so rot. Also, mit der Tusche kriege ich das nicht röd da hin. Also, wenn bei dem 35-Millimeter-Print mal, bei der 35-Millimeter-Kopie mal die Farben ausgeglichen sind, konnte keiner mehr sagen, war das jetzt noch so intendiert oder ist das schon ein anderes Rot? Also, das war der Oberknall. Ich hatte kurz vorher bei Letterboxd einmal den Filmeintrag aufgerufen und dann so die ersten zwei Kommentare werden einem angezogen. Also, ja, dieser Film hat Instagram-Filter erfunden und so. Und quatsch. Nee, also genau, der setzt da eben sehr stark drauf. Kann man nicht sagen, das ist einfach nur Spielerei, aber er verbindet das ja auch vor allem. Also, gelb ist zum Beispiel dann überwiegend eben Nelly und Nelly Emil so zusammen in das Spiel. Die sind häufig eher gelb gehalten. Während Joe und Lati, Liat? Liat. Liat, Liat, gefühlt eher so rötlich-rosa-pink sind leicht. Und also da wird wirklich ordentlich mit der Kamera gearbeitet, weil mit dem Bild gearbeitet. Das ist schon, das hat mir zugesagt, definitiv. Ja, ich finde, hat auch die Stimmung immer schön untermalt. Also, das fand ich auch. Also, ist ja sowieso ein Musical, finde ich, reißt dann ja schon mal durch den Gesang häufig so ein bisschen aus einer Art Authentizität oder Realität raus. Hier wird das aber eben dadurch nochmal schön übersteigert und finde ich auch völlig passend. Also, das fand ich einen guten Einfall. Ja, aber es wirkt dabei aber nicht kitschig, ne? Es wirkt einfach handschaulich. Also, ich finde, es ist schon kitsch mit drin, aber ich glaube, kitsch wird ja häufig negativ, wenn ich das mal in irgendeiner Anführungsstelle. Ich glaube, ich finde das natürlich für mich das Kitsch best Lürnmann-Filme. Also, ich finde die auch toll, ne? Um Gottes Willen auch vom Hölz, aber das ist für mich Kitsch. Ja, ich finde, es ist trotzdem Kitsch drin hier in diesem Zimmer. Finde es aber auch nicht negativ. Okay, gut. Aber trotzdem sehr schöne Kulissen, alles. Mir hat das für mich, ich fände auch die Handlung von dem Second-Lead-Couple. Ich sage es, ich bleibe jetzt mal dabei über meine Begrifflichkeiten. Joe. Joe. Liat. Liat. Fand ich auch sehr spannend und interessant. Ich fand die, die auch super... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so super spannend fand, weil es ja... Also, wie gesagt, Nelly und Emil nehmen definitiv mehr Raum ein. Das ist klar, deswegen ist das ja auch Joe nur der Second-Lead. Also, die Grundidee war nicht schon so, dass du es halbwegs nachvollziehst, wobei es wirklich schon so mit dem... Wir haben jetzt keine Zeit, dass ihr euch zufällig über den Weg lauft und auf den ersten Blick miteinander verliebt. Na, nein, die Mutti schiebt dich direkt in die Wohnung rein, in das Haus, wo sie lebt rein. Und hier steht übrigens meine Tochter. Ah, okay. Weswegen bin ich hier? Kann ich mir kurz mein Oberteil anziehen? Oder darf ich hier nur in Hose und Schuhen dastehen? Ja, hallo, ich bin Joe. Wer bist du? Ich bin Diat. Kuss, kuss. Ich muss was sagen. Genau, also das war schon sehr doll... Fussiert? Ja, leicht fußiert. Ich fand, glaube ich, interessant fand ich dann eigentlich so diese Szenen, wenn sie sich sozusagen entgegenlaufen, und dann einmal so quasi Zeitsprung ist und dann läuft sie aus dem Haus, glaube ich, raus runter Richtung Strand. Ich fand die Kamerafahrt noch schön. Also die Kamera ist auf sie gerichtet, wie sie eben in Richtung Kamera, in Richtung Strandes läuft. Ja, man muss dazu sagen, sie läuft sozusagen von der Spitze des Berges durch den Dschungel bis an den Strand durch. Ja, mit einer Rollkugel. Und er kommt ihr dann nachher entgegen. Also das fand ich sehr schön gemacht. Das ist schön verdeutlicht in der Hinsicht. Ja, und dann dieses Drama, was dann eben so ist, dieses, ja, ich liebe dich, aber ich kann nicht. Und, ach ja, stimmt, ich habe ja noch das Philadelphia Girl, die habe ich schon fast vergessen. Also die vergessen, das war schon klar, als die halbnackten Mädels alle auf der Insel dagegen gelaufen kamen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das wollte ich jetzt die ganze Zeit schon sagen, dass ich fand das sehr... Halbnackte Mädels, ja, bitte. Na, ich finde das schon auf der Insel sozusagen, dass die Polynesierinnen, die werden halt alle schon sehr in diesem klassischen Hawaii-Kostüm so dargestellt, sehr mädchenhaft. Und dass unsere Liad sozusagen hat ja eher so eine Bluse an, die ich eher so mit Japan verbinde oder China verbinde. Nee, mit China eher verbinde. Und dann noch eine Hose. Also weiße Bluse, schwarze Hose, genau. Also ich möchte diese Keuschheit nochmal symbolisiert vielleicht in anderen wahrscheinlich. Vor allen Dingen im Vergleich zu eben diesen eher Eingeborenen oder Ureinwohnern eben tatsächlich in großen Anführungszeichen zivilisierter dargestellt. Ja genau, unsere Westliche auch wirkt, ja, tonwestliche, dann auch mit Pferdeschwanz und allem und wenn die anderen ja noch die Haare aufhaben. Also ich finde, das war schon sehr, sehr deutlich, dass sie die Einzige auf der Insel war, die so mit Klamotten hatte. Genau, sie ist äußerlich nicht, nicht sehr traditionell gekleidet. Weil ich überlege gerade, Und natürlich ist sie niedlich und eine Schönheit, das ist klar. Ich fand es, einen kleinen Moment habe ich so auch überlegt, wie ist das eigentlich zwischen, also weil ich jetzt gerade so der Mutterfigur noch überlege, die so als Händlerin oder als, ja doch, als Händlerin da aktiv ist. Ja, Schickswerte gesagt, Kupplerin. Nee, aber die Händlerin ist und der, ob sie damit eigentlich auch schon so eine Zwischenfigur ist zwischen eben den Ureinwohnern. Es wird sich natürlich trotzdem, derbe wird sie abgekanzelt, dass sie nicht ordentlich sprechen kann. Sie sagte mal, Luthellen statt Lieutenant oder irgendwie so. Ja, vergiss halt das T am Ende. Ja, unten Buchstaben ist noch drin. Irgendwie. Auf jeden Fall, dass sie eben nicht korrektes Englisch sprechen kann, sondern eben so ein halbes Englisch. Also wird schon so, als eben der zivilisierte Amerikaner und die Wilden im Rest der Welt sozusagen. Das kommt schon damit durch. Das ist eine Perspektive in Sachen. Also ich denke wiederum, dass sie überhaupt Englisch sprechen kann, ist doch gut. Also das ist ja schon, das ist ja schon entgegenkommen. Das habe ich auch schon darüber lustig gemacht, wie sie am Ende ihrer Aussprache. Aber das ist ja wir typisch Amerikaner, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass sie dann von dem, ich weiß auch wieder nicht, seinen Rang der Käpt'n da vor Ort, der Weißhaarige, der Alte, der dann einmal zu ihr sagt, hier, sie bringen die ganze Ökonomie durcheinander oder so mit ihrem Handeln, wo ich so denke, ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was ihr Amis ja eigentlich so wollen mit dem Kapitalismus, ne? Dass du, wenn du dein Geschäft hast und dann willst du das Geschäft immer größer werden lassen, hauptsache du machst Geld und Geld sozusagen steht über allem. Ja, na gut, aber die Amis sind damit nicht glücklich, wenn das nicht bei ihnen landet. Ja, ja, deswegen fand ich das, habe ich so gedacht, ist das jetzt wirklich eine harte Kapitalismuskritik oder ist das eben so ein leichter, ironischer Seitenhieb oder ist das nichts von dem, sondern sollte einfach nur als billiger Gag herhalten? Aber ich glaube, so ein bisschen was steckt da irgendwie drin, so mit dem, ja, ihr Geschäftsatz, die immer größer werden, das geht so, aber nicht. Wo ich denke, ja, 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 habt ihr euch alles schön selber eingebrockt. Ihr wolltet das ja so, der Allmächtige doll. Na, ich glaube, der Punkt ist einfach, dass sie halt, weil sie ja auf sie runtergucken, ne? Weil sie ja halt sozusagen nur von den Wilden kommt und dass sie dann halt das Geschäft da beherrschen, die Dominante, da ist, ich glaube, das ist schon ein Problem. Das ist ja sowieso eine Sache, die sich halt durch den ganzen Film zieht, dieser Rassismus und, ja, diese Scheinheiligkeit in vielen Bereichen. Das sind ja eigentlich das Hauptthema sozusagen im Film. Und das wird ja auch teilweise, also angesprochen, es wird nicht gesagt, oder das Wort Rassismus fällt nicht oder rassistisch oder ähnliches, aber es wird dann eben darauf hingewiesen, ja, das steckt irgendwie in uns drin oder es wird dann nochmal differenziert zwischen, hat man das, wenn man geboren ist schon, ist man da schon rassistisch oder wird man eben rassistisch, weil man so erzogen wird, weil einem das indoktriniert wird, bis man spätestens fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt ist, da hat man das alles schon dann voll nicht mehr aufgelöst. Also der ist ja letztlich, er spricht das zwar an und er geht eben, während Nelly in ihrem Song noch sagt, man wird so geboren, also das ist sozusagen, das wäre sozusagen eine menschliche Eigenschaft, wie hieße das ja. Ja, aber wieso? Aber John Cable sagt doch das Gegenteil. Er sagt doch dann, Ja, ich möchte ja gerade auch die nächsten Schritt machen, das ist wie gesagt Nelly, bei Nelly klingt das noch so, die sagt das so und Joe sagt dann eben, nee, das ist ja nicht angeboren, aber da ist sie dann logisch schon weggegangen und dann sagt er, nee, das ist eben nicht angeboren, sondern man klingt das eben, ab der Geburt wird einem das eingetrichtert und spätestens, und eben bevor man fünf, sechs, sieben, acht Jahre ist, da ist man dann schon voll so reingehämmert. Aber dennoch bleibt es ja dabei, dass er eben nicht mehr mit seiner Liebe da zusammenkommen wird, mit seiner Südseeliebe und letztlich dann auch getötet wird von den Japanern. Na gut, aber er hat ja trotzdem im Vorhinein den Entschluss gefasst, dass er diese Mission jetzt antreten wird und dass er danach aber da bleiben möchte mit ihr. Also, dass dafür, also in die Richtung ging es dann tatsächlich schon, aber da hat man ja schon was gewonnen, weil man weiß ja, Second Leads sind ja eh immer so ein bisschen gefährdet. Ist der denn ein amerikanischer Held dann, weil er im Einsatz stirbt, wahrscheinlich sowieso schon, aber wenn er dann... Naja, wieso? Wenn er bei einer geheimen Mission stirbt, dann weiß das ja keiner. Also ich würde eher sagen, es war eine verdeckte, es war nicht eine völlig geheime Mission. Das ist jetzt glaube ich keine, also im Sinne von er ist gestorben, aber wir können das niemandem wissen lassen, dass er bei dieser Mission gestorben ist. Ich glaube, es ist eher so ein, wir können die Leute das wissen lassen, weil es halt so ein Einsatz hinter feindlichen Linien ist und nicht ein geheimer Einsatz, wo eben... Naja, er sagt ja im Flugzeug, das ist top secret. Die Mission, aber das ist ja auch mitten im Gange, ne? Das ist jetzt die Frage. Naja, genau, also nehmen wir an, er hätte diese Mission überlebt und wäre er dann mit dem, mit der Liad zusammengekommen, wäre er dann auch amerikanischer Held gewesen oder wäre das... Also ich überlege gerade, weißt du, dass er einerseits, wird er uns gezeigt, er erkennt diese Problematik des Rassismus, auch in sich selbst und dass er eben sagt, ja, ich kann theoretisch versuchen, dagegen anzukämpfen, aber es wurde mir halt von klein auf eingehämmert und damit er eigentlich durchaus positiv zu bewerten ist. Obwohl ich eher das Gefühl habe, dass in seiner Rolle er nicht das Problem hat, dass er selber rassistisch ist, sondern dass er die Angst hat, was seine Familie dazu sagt. Was soll ich sagen? Sie sind 100.000 Kilometer weg. Naja, aber ich glaube, es geht bei ihm, glaube ich, eher darum, was andere Leute über ihn denken und nicht, also nicht, dass er nicht akzeptiert, dass sie jetzt Polynesierin ist. Ich glaube, er selber hat damit weniger Probleme. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass, was er durch seine Familie, weil ihm ja zu Hause noch zugesprochen wird, dass er ist mit der, er ist mit der eine Dame verlobt aus Philadelphia. Er hat, er wird von seiner Familie so unterstützt, dass sie, er soll halt gewissermaßen Erstrebsam sein. Familienbetrieb soll er auch. Genau, dann wird er halt Partner, also der hat, kriegt er so zugesichert, also bei ihm ist es eher so an die, Der Weg ist vorgezeichnet. Genau, an diese äußeren Umstände gebunden, als an die inneren, während das bei der Nelly ja genau umgekehrt ist. Weil ich mich dann halt frage so, oder in meiner Vorstellung, er überlebt jetzt die Mission, er lebt dann mit ihr zusammen und bleibt sozusagen da auf der Insel. Also was, was wäre denn die Konsequenz? Wer sollte denn irgendwas reden oder erzählen? Also mit wem hätte er da überhaupt Kontakt? Also ich verstehe, also ich muss ja nicht mit ihr zusammen aufs Festland zu bekehren würde. Ich habe ja wissen, das ist als Soldat, da kannst du doch überall hin transferiert werden, du kannst doch jetzt nicht sagen, als Soldat, ich bleibe jetzt mein Leben lang auf dieser Insel, da können die dich doch trotzdem immer wieder schicken. Vielleicht sowas sagen, wie ich gehe in Russland oder so, oder ich trete aus der Armee aus. Also, ja, das ist ein Punkt, das stimmt schon. Wenn er da verpflichtet ist, aber vielleicht ist es eben nur für einen gewissen Zeitraum oder hat er sich nur für den zweiten Weltkrieg da enlisted oder enrolled oder wie auch immer das heißt. Ja, aber die Frage für mich ist ja, also ich habe mir tatsächlich die Frage auch gestellt, weil diese körperliche Anziehung ist ja schön, aber ich kann ja mit ihr jetzt nicht so viel zu reden. Ich meine, die Sprache kann man ja nach sich nach und nach aneignen, das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Aber was soll er denn auf der Insel die ganze Zeit machen? Das ist doch auch, wenn er keine Aufgabe hat, das ist doch auch relativ schnell langweilig. Liebe und Kinder. Ja, also wenn die Mutter dann auch sagt, ich gehe vor euch arbeiten, damit ihr euch den ganzen Tag Liebe machen könnt. Wie die Otter. Bei Nacht der Kanone oder so. Wie die Otter. Du bist geliebt wie die Otter. Aber lass mal kurz jetzt zum Hauptprecher zu sprechen kommen. Das ist ja das Wichtigste, bevor wir in diesen Grundkonflikt auseinanderzöpfeln. Ich frage mich vor, bitte. Du wolltest das Wichtigste ansprechen. Ich bin gespannt, was für dich das Wichtigste ist. Nee, ich wollte erst mal über das Hauptpaar reden. Ja, über das Hauptpaar. Dann sprich mal über das Hauptpaar. Nein, wir haben Nelly und den Franzosen. So. Was sagst du dazu, Max? Ja, also wie gesagt, für mich, du hast es ja schon am Anfang angesprochen, dieser äußere Altersunterschied, der hat mir auch so ein leichtes Kopfzerbrechen bereitet. Auch wenn ich fand, die sah jetzt auch nicht mehr aus wie gerade 21 oder so. Also es wirkte auch schon wie, finde ich, mindestens 30. Ja, aber ich finde auch als Frau, wenn du eine Topfigur hast, also wenn du kurze Haare mit so Dauerwelle mäßig hast, dann siehst du auch immer zehn Jahre älter aus. Das war ganz ehrlich. Ich kann mal froh sein, dass das aus der Mode ist. Also es war schon ein bisschen so, ja, aber sonst, ja, meine Güte, es ist ja schön, wenn die sich, eigentlich schön, wenn die sich finden und, ja, für mich war dieser Konflikt mit dem, oh, du hast Kinder? Hm, ich kann nicht mit dir zusammen sein, Emil. Ich muss weg, ich muss den Jeep noch weg. Nee, 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 also ich glaube, ich glaube, dass sie sich lieben und dass sie ja bei der Verlobung auch Ja sagt, das ist ja gegeben und ich glaube nicht, dass sie wegen den Kindern wegrennt, also lustigerweise. Ich glaube, die Kinder findet sie wirklich süß und die mag sie auch von den zehn Sekunden, wo sie sie gesehen hat. Okay, dann du meinst, dass sie eine andere Frau hatte. Aber ich glaube, sie hat ein Problem damit, dass sie immer mit einer Polynesierin geschlafen hat, also auch wenn die Kinder, ich glaube, also ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Nelly, die Rolle, auch wenn sie dann Lieutenant ist und so, auch vom Rang her und relativ wichtig ist mit ihren ganzen Unterhaltungsorganisationen, die sie für die Nevi organisiert, auch einen gewissen Ruf da genießt, habe ich sie mal in Stulle empfunden. Ja, ich glaube, auf der Hülle hier steht, sie wäre naiv oder so. Also ich finde, naiv ist sie auf jeden Fall. Young and naiv. Ich finde sie so, also wie gesagt, mit dem Jungen, okay, im Verhältnis zu Emil, ja. Ich fand das auch so schön, als er mir auch noch angesprochen mit dem Alterskonflikt, in diesem, was dann hier Kaebel noch sagt, die können nicht zusammen sein, die sind dann noch, die sind doch zu weit auseinander und dann der, und dann hier der, der Oberkörnel dann sagt, ja, ich bin 50, ich bin Single, aber ich habe auch noch nicht aufgegeben. Naja. Entschuldigung, ich habe kein Corona aktuell. Ich habe überhaupt nicht getestet, was wir haben und was wir nicht haben. Wer weiß, Quart ist in dieser Ausgabe dabei. Auf jeden Fall wollte ich jetzt damit sagen, dass sie eher ein Problem damit hätte, dass er nicht nur, dass er eine andere Frau hatte, sondern dass er auch noch eine Frau hatte, die, ich weiß nicht, die sie dann als minderwertig betrachtet, wie würdest du es denn, was würdest du denn sagen? Ne, ich würde sagen, also ich würde jetzt nochmal sagen wollen, wie ich sie beschreiben würde. Ich finde sie, sie ist nicht jung. Ich finde sie naiv, ich finde sie ein bisschen dümmlich und ich finde sie halt auch sehr konservativ. Und ich glaube, die perfekte amerikanische Hausfrau, ne? Ist ja auch wirklich. Ist ja auch noch, ist ja auch noch, ist ja auch noch, Krankenschwester und Unterhaltung für die Truppe. Also man muss sie ja der Zeit angepasst sehen, aber ich glaube schon, dass sie sich vor ihm ekelt. Dass sie abgestoßen ist und entsetzt und Wegen der Herkunft der Frau. Oder sag mal genau, ja. Ja, also bei den Kindern hat er, ich meine, ich fand, er hat das auch sehr unklug angestellt und die Motto, ja, wir waren am heutigen Abend, ich habe eine Überraschung. Übrigens sind jetzt zwei Kinder. Oh, ihr seid ja so süß, aber wie sind die süß aus? Ja, also meine. Also, dass er das noch nicht vorher gesagt hatte, dass er überhaupt mal verheiratet von Kindern hatte und dann, also dass es Mischlingskinder waren, ich glaube, das hat sie wirklich wenig gestört. Da war sie ja auch noch als okay. Bei ihr ist alles, die ganze Fassade zusammengebrochen, als sie dann erst mal diesen Schluss weiterfragen musste, um Mischlingskinder zu haben, muss er ja was gemacht haben mit jemand andern. Und ich glaube, da ist bei ihr die Fassade runtergebrochen. Darauf kam sie nicht klar. Also, sollten wir jetzt vielleicht auch mal ganz rockig sagen, eine Mischlinge heißt in diesem Fall einfach nur, dass das eben Leute sind, die aus unterschiedlichen Teilen der Erde kommen. Sonst sind das eben einfach ganz normal Kinder. In Brasilien ist das normal, du wirst so sagen, aber ich habe das auf der Vorne, auf der Airbnb gelesen. Jetzt tut mir leid, dass ich diese Begrifflichkeit genommen habe, aber ich will jetzt damit keinen vor den Kopf stoßen. Von den Kindern ist es auch wirklich süß. Wie bist du eigentlich mit dem Französisch zurechtgekommen? Hast du das verstanden? Das Französisch war super, weil die richtigen Franzosen waren ja Italiener. Von denen fand ich kurz interessant, dass da eben die zwei, drei Sätze, die gesagt werden, nicht, also ein, zwei sind tatsächlich noch unter Titel worden, aber Satz drei und vier dann eben nicht. Naja, das waren ja nicht so eine aussagskraft, kräftigen Sätze, ne. Ich fand, ich muss ehrlich sagen, was mich dann gefreut hat, wahrscheinlich, das ist dann, das ist ja nun mal ein amerikanisches Werk und wir haben ja das Thema Rassismus oder halt Toleranz wahrscheinlich, oder Bigotterie, kannst du ja aussuchen, was ich als Hauptthema jetzt nehmen möchte. Schreib mal, was du bei Bigotterie verstehst. Ja, so eine Scheinheiligkeit und gerade eine religiöse Ebene. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist schön, dass als Vertreter der Europäer, ist ja für uns der Europäer, also der Franzose wichtig und wir sind natürlich die Toleranten, das freut mich immer wieder und die Amerikaner sind halt schmerzverzerrt Gefühle gegen Kunde oder gegen Gesellschaft und das ist nämlich genau der Punkt, das ist nämlich der Unterschied, wo dann halt, ja auch Nelly und Joe dann halt zusammenkommen, um ihr Leid gemeinsam zu beklagen. Bei Joe ist es, habe ich das wirklich den Eindruck gehabt, dass seine Problematik mit dieser Materie kommt von außen und bei Nelly kommt sie von innen. Also sie hat gleichzeitig natürlich, wurde sie so erzogen und sie ist ja sowieso von Anfang an unter dem Druck von ihrer Familie, dass sie nicht mit einem Älteren zusammenkommen soll und schon gar nicht Franzosen und das ist halt ja sowieso schon eine Vorprägung und dann ist sozusagen die polynesische verstorbene Ex-Frau noch, der Tropf auf dem heißen Stein, aber ihr kommt auch gleichzeitig eher diese Intoleranz von innen, dass sie halt sich selber, also das ist nicht, dass sie sich von selber das auch nicht akzeptieren möchte und von, ähm, und sich halt ekelt und ich glaube von ihm auch diese leichte Abscheu hat und Enttäuschung und, ähm, also ich finde es, also ich finde es sehr, sehr schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich selber nicht rassistisch bin, ich bin ja genau eher gegenteilig. ich habe da eher, ich bin ja auch immer für eine multikulturelle Gesellschaft, ich finde das ja auch super, wenn sozusagen alle voneinander lernen können und so und ich kann mich mit ihrem Standpunkt jetzt überhaupt gar nicht identifizieren, ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass, also deswegen benutze ich jetzt auch so eine harten Wörter wie Ekel oder Abstoßen, äh, weil sie halt die ganze Zeit so geguckt, also, das ist so, also, dass ich das so deuten würde, ähm, und auf jeden Fall, natürlich ist es Intoleranz und das ist halt, dass sie dann auch so wegrennt, also ich finde, ich finde diese Frau auch unglaublich peinlich in so vielen Ebenen, also ich fand sie auch von, äh, dass sie sich dann, also ich, ich meine, die wurden ja auch, auch so knallaufall reingeschmissen, da weiß ich ja auch nicht, wie lange die sich schon kennen und alles, ne, aber es war dann halt auch dieses, wenn sie halt mit den Gesprächen führen, die sich beide da sozusagen ihre inneren Gespräche führen und ihre, und so, dann merkst du ja, dass diese großen Gefühle aufkommen, aber ich finde alles, was sie so sagt, ist sowas von hohl, also es ist, dieser Charakter ist wirklich sowas von nicht tief, da wollten sie wirklich eine ganz simple Frau darstellen, das haben sie geschafft. Ähm, ich würde noch jetzt zum Ende einmal hüpfen, äh, vielleicht jetzt wenig überraschend für viele, es ist keine Tragödie, das heißt, äh, oder, es ist nur Anteil an der Tragödie, äh, die beiden, die beiden kommen zusammen, ähm, was würdest du denn sagen, gibt bei ihr den Ausschlag, dass sie dann sagt, äh, ich komme doch mit ihm zusammen, ich überwinde meine, meinen Rassismus, der mir eingetrichtert worden ist, den ich vielleicht auch in mir trage, äh, und sage, ach scheiß drauf, ich, ich gehe einfach mit diesem Mann zusammen, was, also, genau, ja, wie, wie würdest du das sagen, was macht er den, den Knackpunkt? Ich komme mir gerade vor, wie bei einer Pressekonferenz, Interview, ähm, also ich würde denken, dass sie ihn ja wirklich liebt und selber inneren hin und her gerissen und Zweifel hat, dann gehen ja so alle davon aus, dass er tot ist und, ähm, dass sie sozusagen aus schlechten Gewissen oder auch sozusagen aus dem, aus der Reue heraus, dass sie nicht rechtzeitig, natürlich gehandelt hat, sich dann um die Kinder kümmert und dass es dann halt nur ein Plus ist, dass er, also ein Bonus ist, dass er doch wieder kommt, dass, also, dass er doch nicht tot ist. das ist dann das Perfekte, aber ich glaube, sie geht davon aus, dass er tot ist und das ist dann halt sozusagen eine Wiedergutmachungsaktion und dann, ich glaube, dass sie die Kinder auch wirklich süß findet, ich glaube, dass sie nur ihre innere Sperre überwinden muss, dass sie zwischen Kinder süß finden und als eigene Kinder akzeptieren, also, und würdest, also, ja, wie würdest du es so für dich einstufen, positiv, negativ, ist so Pöbelung? oder meinst du es so einstufen? Ja, jetzt ihre Entscheidung? Naja, natürlich ist es positiv, wenn sie die Kinder annimmt, aber ich fand ja auch ihre, ich fand ja auch ihre Hand auch vorher total negativ, also, ich habe vor allem die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit dir los? Also, ich überlege zum Beispiel, ähm, an der Film, der ist halt noch viel stärker thematisiert, American History X, wo ich zum Beispiel, äh, sehr große Probleme damit habe, oder vielleicht habe ich es, wie gesagt, auch einfach falsch verstanden, weswegen sich Derek Vinyard, äh, vom überzeugten Nazi zum, ach, das ist doch irgendwie alles doof, wandelt. Hat er ein schwarzes Kind? Nicht in der Filmversion, die ich gesehen habe. Achso, also, ich habe den Film, ich habe, Entschuldige, ich habe gedacht, weil du das jetzt übergleitet hast, das ist auch so, es gibt auch viel. Also, der Film zeigt das, also, American History X ist bei mir der Eindruck damals entstanden, ja, also, erfreuen sich zwar mit dem einen schwarzen dann an da im Knast, aber gefühlt ist so dieses, äh, ich wende mich von der rechten Ideologie ab, vor allen Dingen damit begründet, dass er merkt, ach, die anderen Rechten, die wir hier haben, die, die sind gar nicht so hart recht, sondern die machen trotzdem irgendwie Geschäfte mit denen, die sie vorgeben zu hassen und sowas. Und, äh, das ist das irgendwie so ein bisschen darauf, wo es auf jeden Fall fand ich das, äh, in der Hinsicht wenig überzeugend und deswegen nicht, leider nicht ganz so stark, wie ich ihn gerne finden würde, den Film. Und hier überlege ich eben auch so, ja, wie, wie geht es mir eigentlich damit, dass sie einerseits sagt, ja, und das ja sogar so ein bisschen von sich schiebt, indem sie sagt, naja, das ist uns halt angeboren, dieser Rassismus, ne, also, da kann ich gar nichts für, ich bin halt so, und das ist jetzt wieder, ne, das kann man mir nicht vorwerfen, so ungefähr, dass sie sich damit ja quasi davor schützt, um dann, äh, ja, durch diese, ähm, ja, das ist ja quasi die größte, die größte Variante, die es gibt, wenn man merkt, oh, ja, also sie weiß, sie liebt diesen Mann und, äh, was sie dann aber sozusagen erst zur Einsicht verhilft ist, äh, weil sie merkt, oh, wenn er jetzt tot ist, dann würde ich es irgendwie bereuen, und dass daraus diese, diese Wandlung erwächst. Na, sie bereut es ja, er wird ja für tot erklärt. Ja, ne, nur deswegen eigentlich, also deswegen ist es bei mir so tatsächlich, ist ja vielleicht auch schön, dass sie dann für mich auf jeden Fall nicht einfach nur eine strahlende, äh, positive Figur ist. Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, dass man sich da ansonsten reiben kann. Also für mich ist der Film jetzt nicht unbedingt ein großartiges Happy End. Zum einen. Ja, also für die beiden, ne, das schließt schon sehr positiv an. für die Hauptcharaktere schon, aber dadurch, dass ich Team Second Lead bin, ist das für mich natürlich ein unglaublich tragisches Ende. Ja, hm. Also, das ausgerechnet mein, äh, 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 Lieblingscharakter natürlich zeitliche Segen muss, weil er, weil, weiß es warum das so ist, weil er von Grunde auch eigentlich tolerant ist. Na ja. Ne, man muss ja trotzdem, das ist ja trotzdem für ein amerikanisches Publikum gemacht, man muss natürlich auch offen zeigen, dass damit die Amerikaner halt auch tolerant sind, aber man möchte trotzdem die Amerikaner ja auch in Grenzen halten. Also das kann man ja zum Beispiel auch, äh, je nachdem wie eng man das jetzt, äh, auslegt, kann man ja auch sagen, ne, er ist derjenige, der sich tolerant gibt, und dann aber, äh, äh, es ja trotzdem den Feind in der Welt gibt, den anderen, die, die, äh, gesichtslosen und, also, ja, sind gesichtslose die Japaner, die Feinde, wir kriegen ein paar Schiffe aus der Fernsehsiehe, die Flugzeuge, aber wir sehen, gibt keinen, der jetzt mal als einzelne Figur eingeblendet wird, oder? Nö, also wir haben den, der gesichtslose Feind, und, äh, dem fällt er dann zum Opfer, im Rahmen der Mission, während der, der Franzose, der Geflüchtete, für den das eigentlich alles so gar nicht thematisiert wird, aber das fand ich auch, der, der ist sehr beliebt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es auch interessant, dass der Franzose, äh, diesen Entschluss fällt, doch bei der, bei dieser Aktion, dieser Geheimaktion überhaupt mitzumachen, weil das er ja vor der ganzen Zeit abgewehrt hatte, weil ihn das gar nicht betroffen hat, dass er das jetzt aus der Verzweiflung heraus, weil Nelly nicht mehr heiraten möchte, dass er das Gefühl hat, er hat nichts mehr zu verlieren, und deswegen macht er mit. Ja, also mindestens, wo ich mich als Frage, was ist mein Scheißvater? Entschuldige. Ja, die sind ja alle versorgt auf der Plantage und so, da kümmert sich jemand, aber das ist richtig, aber ich finde es in, in der filmischen Erzählung, finde ich es nachvollziehbar, aber ich verstehe völlig, was du meinst, ja, das ist schon so, Kinder, bis jetzt hatte ich keinen Bock auf diese Mission, ich habe ja auch euch, aber jetzt diese eine Frau, mit der ich gerne zusammen wäre, damit die sich dann vielleicht um euch gewehrt hat, wenn die jetzt sagt, die ist nicht mit am Start, dann kann ich diese Mission auch machen, weil dann hält mich ja kein Mensch mehr hier, ihr beiden kleinen Knipsel, ihr zählt einfach nicht, auch wenn ihr mein Fleisch und Blut seid, das ist natürlich schon, ja, kann man auch nochmal so hindrehen, aber ist natürlich, also, ich verstehe schon, wie der Film es eben erzählen will. Ich finde das auch am Anfang stark, am Anfang hat man ja das Gefühl, bei diesem Hauptpärchen, also bei Franzose und Danelli, dass sie sich eigentlich gerade erst kennengelernt haben und dass die dann von 0 auf 100 gleich springen, indem er dann gleich in den Antrag gemacht hat und alles. Also ich habe, ja, kurz einwerfen, das hat für mich auch so gewirkt, so dieses, ja, anscheinend wissen die alle, wer so auf der Insel ist, aber wahrscheinlich haben die sich bisher immer nur mit dem Fernglas gesehen mal oder so und, ja. Ja, man kann ja davon ausgehen, dass auch die, das Militär auch mal in seinen Reihen bleiben muss, ne, also in seinen Baracken und alles, dass die jetzt nicht mehr zu Ausgang haben. Aber nichtsdestotrotz, wie er dann auch so ziehe, meint, ja, ich bin ja viel älter als du, ich stelle ja bevor dir, du kannst, wenn wir jetzt Babys machen, du kannst die dann mit nach Amerika nehmen oder hier lassen und dann kriegst du das ganze Geld. Du kannst mal was, wo ich dann auch so dachte, oh, ja, kannst du den abhalten. du hast mich überredet, ja, du bist ein tolles Paar. Nelly, ich bin älter als du, meine Zukunft ist jetzt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist sowohl im Film und auch als in Serien ist es so, dass ich sehr häufig Probleme habe, sobald ich einen Hauptcharakter, ist jetzt egal, welches Geschlecht der hat, aber es ist meistens leider die Frau, wenn er dumm ist, und er jetzt zum Empfinden. Und das nimmt mir immer gern so ein bisschen den Sehspaß und ich habe sie jetzt als dumm empfunden, ich habe sie sogar als hohl empfunden, dass sie noch den Rassismus am Ende reingekriegt hat, wo ich dann so, naja, okay, alles klar. Das ist irgendwo das, was ich dann wieder für mich aus meiner Perspektive ja wieder eine logische Konsequenz empfand, weil ja viele Leute das nicht so sehen würden, aber das hat mir so ein bisschen den Charme vom Hauptpapel genommen und natürlich auch, dass er jetzt so alt war. Also das war für mich jetzt kein, als Frau möchte man ja auch was zum Anschauen haben und dann geht man natürlich mit dem Second Lead und nicht mit dem kleinen Italiener mit. Das ist ja für mich eine Frage, also mit Sigena, wie gesagt, bin ich der Meinung, der Name, vielleicht klingt er auch nur wie ein anderer Name, deswegen bilde ich mir ein, von ihr schon mal gehört zu haben. Ja, glaube ich, Ja, das besteht hochkladig die Möglichkeit, damit zu irgendwie überschneiden, aber ich muss sagen, von ihm habe ich, also sein Name hat bei mir überhaupt nichts klingen lassen und John Care habe ich einfach nur gedacht, naja, vielleicht ist er mit Deborah Care irgendwie verwandt, aber sonst, Ich habe jetzt davon geguckt. Also für mich alles völlig unbekannte Namen, was ich durchaus interessant finde, weil. Na gut, bist du in der Musical-Szene denn so unterwegs? Naja, aber trotzdem sind es ja nur Schauspieler, aber sind das eben quasi eigentlich Musical-Sänger, Sängerin, die eben jetzt mal einen Ausflug in das Filmabteilung unternommen haben. Ich glaube, in der Zeit, aus den 50er Jahren, da gab es dann nicht so großartige Unterschiede. Naja, also wie gesagt, die sind mir alle völlig unbekannt, also nie gehört, nie gesehen, ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, beim Gucken so, ich dachte so, hm, kenne ich den? Nö, keine Ahnung. Können wir jetzt natürlich nochmal die Filmografie hindurchgehen, aber. Auch nicht der große Blonde mit dem bauchfreien T-Shirt? Nee, auch nicht Luther Willis, Ray Walston. Also gut möglich, bei dem kann ich mir durchaus das vorstellen, aber aus dem Stand nix, nix. Das ist nochmal die Frage, welche Film habe ich aus der Zeit mal gesehen und wann habe ich die mal gesehen und wie lange ist das her, das ist noch zu verknüpfen. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, South Pacific als Titel liegt ja dann fast sogar nahe, da auch eine, neben der geografischen Bezeichnung, da auch, ja, weiß ich nicht, eine Bedeutung für das Pacific, also für dieses Pazifistische, das Friedliche noch mit reinzulegen, wenn man dann eben darunter dann, unter diesem Titel dann ausgerechnet Rassismus und Krieg thematisiert werden. Also die werden sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben mit dem Titel, lässt es sich gut vermarkten, bla bla bla, aber vielleicht eben auch da noch eine Bedeutung mit reinzulegen oder glaubst du, ich gehe da gerade zu weit? Kann ich nicht einschätzen, ich weiß nicht, ob die Amerikaner so schlau sind, aber, kann ich mir gut vorstellen, andererseits bist du auch ein Mensch, der in alles meine Doppelbedeutung reinterpretieren kann. Das ist so eine Stärke von dir. Im Gegensatz zum Rausinterpretieren. Nee, ich kann dir mir vorstellen, dass es mit rein spielt, ja, kann ich mir wirklich vorstellen. Also, guck mal, der ist von 58, wir haben jetzt also quasi. Also das Musical selbst ist ja 48 entschieden, also es ist nach 10 Jahren. 48 schon. Also das Musical selbst, die auf der Bühne ist, ist ja zuerst und dann ist der Film kam ja dann erst 58. Also ich überlege gerade so dieses Abstand zum Krieg und was verbindet sozusagen die Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann davon hört, so South Pacific, was verbindet die damit, denken die dann eben so, oh ja, da hatten wir ja hier den Krieg um Midway und weiß ich nicht, ist das überhaupt Pazifik, ja ich doch schon, also die japanisch-amerikanischen Auseinandersetzung eben in den Pazifikregionen, ist das eben das, was zuerst einfällt? Wollte man damit vielleicht dann eben auch einen Gegenentwurf schaffen, und sagen, ja das war schon alles sehr schrecklich, aber es hatte eben auch, es gab auch Keime der Hoffnung, Orte der Liebe, Momente der Hoffnung und sowas. Am Ende war es ja die dann der Sieg sozusagen. Also wenn man bedenkt, dass es ja nach dem Krieg rausgekommen ist, ist das natürlich dann angenehmer zu sehen, obwohl das auch in diesen Grundthematik erspielt, dass die Soldaten eigentlich nichts zu tun haben, dass sie halt sehr harmonisch halt diese Gruppendynamik halt leben, dass wir den Fokus halt auf die Liebe haben und natürlich ist dann nicht das Problem Japaner, sondern das Problem sind dann halt Alltagsrassismen, Rassismen oder Alltags Wertvorstellungen, die vielleicht überholt sind, dass man das, also ich meine, dass für diese Zeit halt dieses Thema so an der Form aufgegriffen wurde, das ist eigentlich schon sehr, ziemlich stark. Das muss man in diesem Film mal wirklich loben. Und der Umgang ist ja auch nicht schlecht damit. Also ich finde, dieser Monolog, wo noch mal gesagt wird, Dialog besser gesagt, zwischen den beiden Männern, wo noch gesagt wird, nee, wir sind, das ist nicht angeboren, das wird einem eingegleibt und man muss sich dann halt dagegen kämpfen, wenn man es nicht möchte. Und das ist, finde ich, für die Zeit, also schon sehr, sehr stark. Guck mal, was in Amerika ist ja nun gerade, Martin Luther King kam ja dann auch noch viel auch später, das war dann auch in den 60ern erst, also guck mal, da hast du ja noch diese, noch dieses, mit den Schwarzen und den Weißen ja noch so ein Ungleichgewicht gehabt, das finde ich schon für die Zeit schon sehr stark. Also das muss man dem Film wirklich zugutehalten, dass er das Thema anspricht. Wahrscheinlich noch eher dann im Musical oder ich gehe mal davon aus, dass diese Thematik auch im Musical drin ist. Ich überlege gerade noch, es gibt von... das Musical ist ja gleich, also die Texte, Ja, ich weiß es nicht genau, ob dann eben vielleicht eine Szene mehr oder weniger ist, aber ich gehe schwer davon aus, ich kann es nur nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ach, okay. Wenn du es so hast, dann ist es okay. Ich überlege gerade noch, es gibt von Elia Kazan Gentleman's Agreement, ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel, wo es um Antisemitismus geht, wo es eben ist, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren mittlerweile gesehen, gehöre ich nicht mehr ganz genau zusammen, dass ein Reporter, der eben jüdischen Glaubens ist, ne, oder andersrum, der eine Typ ist ein Reporter, so rum, glaube ich, oder ein Chef in der Zeitung des Dings und kriegt eben mit, wie so jemand, dem sagt, ja, alles Antisemiten so ungefähr und wird immer gegängelt und beleidigt und der denkt immer so, naja, so schlimm ist das gar nicht und dann macht er sozusagen undercover, gibt er sich selbst als jüdischer Reporter aus oder so und dann merkt er erst mal eben wie verrottet das alles ist und wie widerlich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Antisemitismus ist vielleicht eine Sache, die habe ich in meinem Leben noch nie verstanden. es ist ja so, Antisemitismus, Rassismus ist ja auch in der Form, also, meinem Gefühl nach ein bisschen auch eine Art des Rassismus. Ja, das habe ich noch nie verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wann der Film ist, ob der auch schon von Ende 40 ist oder 50er, oder 60er, um das eben nochmal, weil du sagst, für die Zeit ist das schon doll. Ich glaube, dass das auch schon an anderer Stelle auch eben angesprochen wird, aber trotzdem grundsätzlich ist das natürlich, stimmt das schon, da ist schon was dran, wie gesagt, auch Darstellung mancher Ureinwohner. Also das spielt natürlich mit vielen Klischees, aber ich finde, dass überhaupt das Thema angesprochen wird, das finde ich halt ziemlich stark in dem Film. Und was ich jetzt eben meinte, ist, diese Abnahme gegen Juden oder was gegen die Zügeäune oder jetzt hier mit Moslemen, jetzt hier mit den Religionen, kann ich denn überhaupt nicht nachvollziehen, dieses auf diesen kleinsten Ländern ein Feindbild schaffen, das kann ich nicht nachvollziehen, auch im Nachhinein nicht. Ich finde, das ist, verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich nicht. Also ich verstehe, wie man sich das zurechtlegt, weil man immer sagt, Ja, das verstehe ich auch, aber ich finde das sowas billig. Naja, das ist eben die vermeintlich einfache Lösung auf komplexe Problemstellungen. Ja, so haben wir ein Musical und eigentlich fast gar nicht über die Musik geredet bis jetzt. Also ich habe ein Lieblingslied, ich weiß nicht, wie es dir geht. Habe ich ein Lieblingslied? Also ich hatte auf jeden Fall Spaß bei den Liedern. Mir fällt es natürlich schwer, weil ich mich jetzt nicht musikalisch so super auskenne. Ich bin froh, dass ich sagen kann, dass ich es genossen habe, dass die Texte nicht einfach nur immer Endreime waren, sondern auch mal, glaube ich, Binnenreime und vor allem auch in den Betonungen zu. Also das ist das nicht, also ja, ich würde sagen, das sind schon anspruchsvollere Lieder mit meinem Laienwissen. Kann das jetzt hier nicht als Experte oder so behaupten und sagen, ja, daran erkennt man. Aber dieses auf jeden Fall. Ich fand sehr schön, weil es auch im Film so schön eingewoben war, dieses quasi der Sirenen-Gesang der Insel, dieses von Bali Hai, weil er da hinguckt und dann wird eben das ganze Ding rund und dann wird uns das nochmal gesagt und sagt hier eben die, die Mutter sagt eben so, ja, wenn du da hinguckst, hörst du denn nicht den Gesang und dann kommt sie natürlich nochmal extra, spielt es nochmal auf. Aber das fand ich schon, war ein sehr schönes Stück, weil es eben so leicht versteckt war zum nächsten Mal und aber auch immer mal wieder auftaucht. Ja, sag mal du dein Lieblingslied, ich kübel gerade so ein bisschen noch rundher. Ich mache mal gerne das Flotte, Lustige, Positive und das war natürlich dieses Lied hier, ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, aber dieses mit diesem Ich wasche mir den Mann aus den Haaren raus sozusagen. Ah ja. Wo sie sich die Haare wäscht und er dann sie erwischt. Und vor allen Dingen die modische Sensation des Bademantels, Handtuchs, des Handtuchbademantels. Das sah aus wie so ein kurzer Bademantel aus Handtuchmaterial, den man zubindet, wo ich echt dachte so, das ist eine sogenannte Ding, den würde ich heute noch kaufen. Hast du einen Bademantel? Ich habe was Besseres, ich habe einen Handtuchbademantel. Ja, aber das finde ich wirklich cool, du kommst dann raus, ziehst du das über, das ist wie ein Handtuch, dann nix einfach, finde ich super. Ich hatte dieses dickere Material, das ist ja auch, das ist jetzt ein Mädchengedanke, also ich fand ich super. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch so, ich musste zwei, dreimal hingucken, das so, hä, wer hat denn dieses Handtuch entworfen? Moment mal. Da sind Armlöcher drinne. Ja, nee, aber ich finde es auch, fand ich ziemlich cooles Ding. Also das finde ich, dass ich das nicht gehalten habe, und zwar ich weiß nicht, ob es hier Mode war, aber ich finde es cleverer, als wenn du mal so einen dicken Frotti an hast, oder so einen Satin. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch gerade in der Region, ja, ich gehe nochmal duschen, dann kann er kein Bademantel anziehen. Das fand ich super, das hat mir unglaublich gut gefallen, jetzt ohne Witz, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das fand ich auf jeden Fall als Lied sehr flott. Ich fand auch, die anderen Lieder waren recht schön. Vom Geschmack, also von meinem Musikgeschmack her, es sind, ja, es sind für mich immer, Rogers und Hammerstein immer nicht so Nummer eins. Einfach, also ich höre sie gerne, ich finde, sie machen sehr komplexe Melodien, die machen auch sehr schöne Texte, aber ich mag eher so plottere Musicals, also ich bin ja auch in einer modernen Welt unterwegs. Also dieses mit der Dame zu Beginn ist auf jeden Fall ein Song, wo, ich weiß nicht, ob eine sehr intensive Choreografie, also es ist auf jeden Fall choreografiert, sind vor allem aber auch mal mehrere, auf jeden Fall sehr vielstimmig gewesen. Ja, bei den anderen Songs, na gut, da kommen dann, also auch bei dem Haare-Ding kommen die Mädels, weil die anderen Frauen kommen ja dann auch nochmal dazu und singen mit so als Chor, aber von meiner jetzigen Erinnerungsstand würde ich so mit dem Oberflächen nicht behaupten, es ist eher so ein Hauptgesangsstimme, manchmal ist es noch ein Duett, aber es ist nicht unbedingt immer so vielstimmig in der Welt. Ich glaube im Theater hast du noch viel Chor noch mit drin, aber ich fand die Musik auf jeden Fall sehr schön, ich habe dann auch für mich überlegt, wo ich sie schöner fand, ich fand, also ich fand, ich weiß nicht, hast du gesehen, Sound of Music? Nicht komplett, nee. Ich glaube, der geht ja auch drei Stunden und das ist ja dann sozusagen auch nochmal gesellschaft kritisch, weil das ist ja dann sozusagen wie die Trab-Familie dann im Zweiten Weltkrieg in Österreich ist, auf der Flucht und da haben wir ja Julie Andrews in der Hauptrolle, meine ich und die hat unglaublich viele helle Melodien und ich mag ja lieber Männergesang, ich finde ja, ich mag immer nichts, wenn Frauen so hell singen und das ist in den Filmen sehr, sehr, sehr stark drin, aber trotzdem sehr coole Musik und wo ich auch sagen musste, ich hätte ein bisschen Angst, aber vorhin den zu sichten, gerade aus dieser Spreche heraus, was ich eben meinte, aber sehr, sehr cooler Film und ich finde halt auch Bahn und der König, aber ich finde halt, obwohl ich auch Fan von diesen beiden Filmen bin, ist halt, man muss halt diese Art Musik mögen, weil die ist natürlich, transferiert er natürlich in den 50er Jahren rein und da finde ich, kann ich glaube ich mit Musicals aus den 60er, 70ern auch mehr anfangen für mich, weil ich das peppiger finde, weil ich gerne, ich mag eher schnelle Rhythmen und alles und das ist ja eher diese ruhigen Balladen und melodramatischen Szenen. Ja, vorhin orchestral auch überwiegend fand ich, aber wacht, ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja gerade das Pompöse, ich kann mir das auf der Bühne schon sehr, sehr pompös und sehr schön vorstellen, das ist mir ja cool, aber das bin ich noch, da fällt mir gerade auch so ein, wenn sie in ihrer Aufführung hat und dann singt und in diese überraschenden vielen Soldaten da sitzen. Also kurz für die, für die Ohren hier an unseren, an den Anfangsreden, ihr Auftritt heißt, es ist Thanksgiving und das hat, oder es hat nicht zuvor gehört und dementsprechend wird da eine große Fete trotzdem ab, oder wird eine Fete abgehalten. Ich musste halt denken, weil ich es daher als bildliches kannte an Apocalypse Now, wo da eben ihr das Playboy-Häschen auf der Bühne einmal steht und die ganzen Soldaten hocken da rum und da endlich eine Frau zu sehen und so ähnlich ist das eben hier. Ist ja auch eigentlich wenig überraschend, so war es ja anscheinend auch und deswegen ist es ja nur die Filme, die ich kenne. Ja genau, da singt sie dann von ihrem Honey Bun und ja, erzähl mal. Na auf jeden Fall gibt es dann halt diesen Stütz so ein Publikum und das sind, man denkt dann halt so 1730 Männer und dann sind es gefühlt Sexonärer. Okay, genau, ich habe auch die ganze Zeit so gedacht, ja sind irgendwie so 40, 50, 60 Leute oder so und dann bam, gefühlt 500 Regimenter, ist jetzt auch übertrieben und das war eigentlich auch ein sehr ja sexualisierter Song. ich hoffe, dass wir gar nicht zu sprechen kommen. Meine Frage, die ich jetzt stellen wollte, ist eigentlich eher am Anfang mit der Navy Gedank für die Organisationen. Ich habe mich gefragt, ob die wirklich sozusagen einmal gefilmt haben aus der Navy heraus von so einem Auftritt ist, dass es echt Soldaten waren. Dadurch, dass ja ganz zu Beginn des Films das eingeblendet worden ist hier, wir bedanken uns bei Armee, Regiment, Navy und Teil so, waren es mit ziemlicher Sicherheit echte Soldaten oder Reservisten oder was auch immer. Also spätestens, wenn dann das hier am Strand ist und die oft das abholen waren. Oder es waren Statisten, aber mindestens von der Armee ausgestattet mit originalen Kleidungsstücken und solchen als Werbung. Kann man auch sagen, wie die dann nochmal aufgestanden sind nach der Veranstaltung und sich diese Riesenmaßen so schnell gelehrt hat und noch so geordnet gelehrt hat. So läuft das bei der Armee. Also davon könnte man sich an der Scheibe abschneiden, das war ja wirklich bombastisch. Und der Song, der da eben zum Best gegeben wird, ist äußerst zweideutig und auch sehr offensichtlich geht es eben, ich habe schon wieder den konkreten Text so ziemlich vergessen, dieses Honey Bun, habe ich mir noch gemerkt, aber wo dann eben ist, ja, ich werde sie ein, also ich paraphrasiere jetzt hier, ich werde sie eincremen und wir werden gemeinsam durch die Gegend hüpfen so ungefähr, das sind wie gesagt leider nicht mehr die exakten Zeilen, aber eben ja sehr doll klar und deutlich dieses, ja, wir werden Sex haben und interessant an dem Punkt ist ja eigentlich auch, dass sie, also dass da eben der Gender Swap stattfindet, der Geschlechtertausch, sie ist der in Matrosenkleidung und unser, ja man kann schon, ich nenne ihn jetzt mal Hofner als traditionelle Figur, der Luther Willis, Luther Billis, taucht da eben auf, bekleidet wie eben ein Ureinwohner, diese, eine Ureinwohnerin dieser Inseln eben so mit Kokosnussschalen über der Brust und eben diesen, ja, Rock oder, ich glaube Rock ist ja völliger Quatsch, aber ich weiß nicht wie der Teil ist, ich komme nicht drauf, eben so aus, aus seinen Blättern und Blumenkranz im Haar und so, das hier eben also auch nochmal mit der, und ich habe, ich meine das mag jetzt so retrospektiv vielleicht noch stärker so wirken, aber die singenden Seemänner zum Beginn des Films, also wenn dieses Lied kommt hier mit der Dame, da habe ich schon den Eindruck, so dieses, ich weiß gar nicht, ob die alle wirklich so scharf sind auf eine Dame, so wie die sich da so halbnackt alle gegenseitig anzwinkern und anlächeln. Das habe ich auch gedacht bei dem einen, als dann hier der Looser den einen so anlacht, bevor der dann den Sprechtext loslegt, habe ich auch gefragt, also ich weiß, dass das jetzt alles gemeint ist, aber in der heutigen Zeit wäre das absolut gay. Okay, also das war, ja, ja, gibt es ja auch Simpsons Folgen, join the Navy. Ja, nee, aber das ist wirklich, ja, also das ist ja sowieso immer so ein bisschen klischee-mäßig, aber das war so wirklich, der Blick, der war so erzeugend, also das war so, Hula-Rock, Hula, da hätten wir auch drauf kommen können, ne, kennt man schon. ich habe so mit Hula-Roop überlegt, aber ob das tatsächlich passt. Aber ich finde, vielleicht nicht, ob das zum Polynesien passt, das bin ja schon wieder, Naja, das wäre dann wieder, wenn ich für all diese peinlichen Fragen denke, das sollte man eigentlich wissen. Das ist dann wieder diese, diese Thematik eben, der, äh, Alltagsrassismus eben in Form, dass die, die auf den Inseln, die werden schon alle das Gleiche tragen, so ungefähr, und das eben nicht weiter zu recherchieren oder so, oder eben ein vertrautes, vertrautes stereotypes Bild eben zu nehmen, damit der, der Zuschauer weiß, ach so, ja, das sind eben die, ja, die Wilden. Also jetzt für die Soldaten hier zur Bespaßung einmal im Jahr, ne, da kann man dann, das finde ich jetzt okay. Ne, ich meinte auch die, da schon der, wenn sie dann nach Bali High fahren und dort in Empfang genommen werden, da sind die auch alle so in traditionellen, äh, Kurzrückchen. Sachen so gekleidet, also, ob das so ist, aber, ähm, ja, aber das hat mich erinnert an, ähm, Möuterei auf der Bounty. Naja, da habe ich immer noch gedacht, oh ja, der ist, der Tanzt noch, ich kann mich gut erinnern, ja, ja, da habe ich auch gleich wieder Bock gekriegt, die Szene nochmal zu gucken. Trevor Howard, tanzen Sie. Das hat mich dann sehr, sehr stark dran. Ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, könnt ihr in unserem Archiv mal gucken nach, Möuterei on the Bounty, da hatten wir in Lübeck eine 35mm Kopie gesehen im Theater. Haben wir einen Podcast so aufgenommen? Ja, da haben wir draußen gesessen, zu dritt mit Christian noch. Ach, stimmt, ich denke erst mal, dass Christian dabei ist, weil der immer so weit vorne sitzt im Kio. da war er gesetzt, ja. Ach, stimmt, das war ja cool. Da war zum Beispiel auch, dieser Farbeffekt war dann auch bei Möuterei auf der Bounty, aber eben ungewohnt, weil die Kopie schon so ein bisschen, äh, verblichen war. Ähm, naja, auf jeden Fall, also dieser Song, das fand ich schon, das war schon so, aha, ja, und die BBFC, die hat den, also die, die englische, die britische Prüfbehörde, die hat den Film mit Universal, äh, freigegeben, also quasi, ich bin nicht ganz sicher, ob es ab Null ist, aber ich glaube schon, äh, äh, angemerkt, very mild sex references, sehr milde, äh, sexuelle Anspielung, und da muss auf jeden Fall dieser Song gemeint gewesen sein, so toll wie da, über Flüssigkeiten und sonstige Sachen gesprochen wurde. aber Kinder verstehen erst nicht das alte Disney-Effekt, das hier Film ist auch so versaut, aber als Kind kriegst du das alles gar nicht mit. Ja, denkst du, ja, die machen da Spaß, die Erwachsenen und so, ach, jetzt haben sie auch noch andersrum angezogen. und als Erwachsenen denkst du dann, oh Gott, das hab ich nicht gekriegt, oh Gott, das will ich. das sind wirklich Familienfilme, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab also zum Beispiel, als diese Rassismus-Thematik, die Thematik auf der höchsten, auf dem höchsten Punkt war, ähm, da musste ich gleich an ein anderes Musical denken, und zwar an Avenue Q, dieser schöne Handpuppen-Musical, mit den Monstern, und die haben ja auch sehr, sehr gesellschaftskritische Lieder, und da ist ja unter anderem auch dieses Everyone is a little bit racist, ähm, ein sehr, sehr amüsantes Lied, hab ich dir ja auch schon mal vorgespielt, und, ähm, das hatte ich halt so Ohrwungen, als die dann ihren Innenkonflikt hatte, wo ich dachte, ja, gib doch einfach zu, dass du rassistisch bist. Also, das ist mal dieses Abstreiten, ne, jetzt alles, alle deine eigenen Definitionen drücken auf dieses Wort hin, aber nein, du kennst es nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie verlinken können, Avenue Q, sagtest du, Avenue Q, ja, das ist auch ein Musical, das tatsächlich auch schon einfach mal in Deutschland in verschiedenen Theatern lief, also das kann man immer, das kann, wird öfter mal aufgeführt. Gucken wir mal, das ist, äh, nicht 100 Fragen. Ähm, ja, South Pacific, ich habe jetzt, glaube ich, so das meiste, was ich erwähnen wollte, erwähnt, wir haben über die Lieder ein bisschen jetzt noch gesprochen, hast du was, was dir noch, was dir noch unter den Nägeln brennt, was wir noch nicht ausreichend besprochen haben? Ja, ich finde auf jeden Fall schön, dass ich das Musical gesehen habe, ich fand es auch unterhaltsam, ich fand es auch kurzweilig, auch wenn ich den Hauptcharakter nicht mochte, nicht, dass es ja zu negativ rüberkam, ich fand den Film auf jeden Fall sehenswert, ähm, gerade ich, findest du, also ich hatte ja am Anfang auch gesagt, auch von den Informationsquellen her, das war halt, das ist halt ein sehr erfolgreiches Musical in Amerika, ähm, sowohl auf Bühne als auch der Film, aber das ist ein Musical, was halt auf beiden Ebenen nicht großartig Erfolg im Ausland, sozusagen sammeln konnte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in Japan zum Beispiel scheiße laufen würde. Ne, aber ja, ich glaube, hm, ne, so, da gibt es andere Stoffe, die, also, es ist natürlich ein universeller Stoff, Liebe und solche Geschichten, aber ich glaube schon, dass es durch die zeitliche Verortung und auch durch das lokale oder durch die geografische Verortung, dass das schon zwei Punkte sind, die, äh, einem globalen Erfolg nicht grundsätzlich im Weg stehen, aber es doch schon schwerer zu vermarkten machen. Aber der auch allgemein auch im europäischen Raum ist, was ja zum Beispiel auch im englischsprachigen Raum in England mit einschließen würde, halt auch nicht so die Erfolge machen konnte. Also jetzt im Verhältnis jetzt, ne? Also in Deutschland zum Beispiel, also Deutschland hat ja so gut wie keine Bekanntheit, also ich habe auch noch nie, ich habe es auch noch nie gesehen, dass das irgendwo aufgeführt wurde in Deutschland. Kann mich natürlich heute schon aus Jahren her oder so, ne? Ich meine, ich gucke hier mal, was in den einzelnen Theatern nochmal so läuft. Also, ich würde auf jeden Fall noch sagen, ich habe ja auch nochmal kurz, wir haben hier eine britische DVD, eine einfache Ausgabe, habe dann auch nochmal an der UFDB geguckt. Es gibt den, oder es gab den Film, es gibt DVD-Verpflichtungen in Deutschland, einmal Steelbook, zwei Discs, da ist dann auch noch die Roadshow-Version mit dabei gewesen. Also die kriegt man, glaube ich, für knapp 30 Euro oder so bei Amazon oder anderen Anbietern vielleicht auch noch. Und die Ein-Disk-Variante, die gibt es dann auch so für 10, 15 Euro, glaube ich, kriegt man die noch. Und in Amerika, wenig überraschend, gibt es eine Roger Sammerstein Collection mit, ich glaube, sechs Filmen oder so, was war er? Oklahoma, Carousel, Sound of Music, South Pacific und noch zwei weitere. The King and I. Na ja, schon ein König und ich glaube noch eine. Aber genau, als Blu-ray-Ausgabe und wenn ich das richtig gesehen habe, sogar ohne Code, ohne Regionalkode-Beschränkung. Wer da also Interesse hat, glaube ich, kann man einfach das mal pauschal empfehlen. Sind auch jeweils noch Extras dabei. Also ich habe jetzt zum Beispiel die hauseigene DVD von HMV, die haben immer so eine Musical-Kollektion aus. Genau, die Auflage konkret ist eben. Die Auflage, ja. Das ist eine Sammler-Variante. Das ist eine Sammler, wenn du halt ein HMV kriegst und immer wenn wir in London sind und dann hole ich mir von dieser Reihe halt immer Musicals. Deswegen, ich habe auch ein, also ich sammle mittlerweile ja seit Jahren natürlich nur noch Musicals auf DVD und Blu-Way. Ich sage, ich kaufe mir gar keine anderen Filme mehr. Das würde ich mit ihm mal noch einschränken, aber es stimmt schon, dass du auf jeden Fall überwiegend Musicals, die du geholt hast. Ja, ich kaufe mir nur Musicals. Naja, manche Filme im Regal, da sprechen eine andere Sprache. Die sind aber auch schon älter, aber seit einigen, also ich glaube seit zwei Jahren kaufe ich mir tatsächlich nur Musicals. Hör doch mal auf, ich weiß auch, was ich mir kaufe. Ich kaufe nur Serien und Musicals. Ich weiß schon, wenn ich manchmal was mitbringe oder wenn ich mir was holen will und dich dann nochmal fragen und dann sagst du, ah, da, 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 ups. Aber das ist ja auch alles schon Jahre her. Ist ja auch geschenkt. Also, aber alles was Musicals, zumindest Musicalvorlagen oder so, also was die Kinky Boots ist jetzt der Film, kein Musical, aber das Musical fand ich toll, deswegen habe ich mir den Film auch geholt als Beispiel jetzt. Oder, ja, also ich finde trotzdem, dass ich schon mehr mittlerweile eine beachtliche Musicalsammlung zugelegt habe. Also auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal, jetzt ist ja eigentlich gerade mal wieder mehr Abende Zeit, um auch mal die Filme, die ich mir so in den letzten Jahren auch gekauft habe, auch mal tatsächlich zu schauen endlich. Und wenn ich die dann mal durchhaben sollte, ist dieses Musicalregal auf jeden Fall auch noch was, wo ich zwei von hundert, sag ich jetzt mal so, geschätzt, einen sehr niedrigen Prozentsatz gesehen habe. Da kann ich dann also gut auch weitermachen. Und ich muss auch sagen, also ich hätte mir den so ohne weiteres wahrscheinlich nicht angeguckt. Kannte auch damit ganz gut leben, fand ich nicht verkehrt. Interessante Erfahrung auf jeden Fall, ja. Ja, und was sagt man dazu, wenn Kali mal keine asiatischen Filme mitbringt? Echt, das habe ich gerade, genau, das habe ich vorher noch so überlegt. Du hattest als Film davor Tora, 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 ne? Wir hatten jetzt Orlachs Hände in der letzten Folge und davor hattest du Tora, Tora. Ja, ich kann nicht ganz aus meiner Haut raus. Das ist ein langer, das ist ein kleiner Schritt. Ja, nee, ich finde es lustig, dass wir sozusagen sowohl zeitlich wie geografisch da ziemlich dicht dran sind wieder. Oder das ist ja eigentlich der gleiche, also ich weiß nicht, wie gesagt, der genaue Handlungsort will ich mir jetzt nicht festnageln lassen, aber es ist ja auch wieder Pazifik und Zweiter Weltkrieg. Ja, das war aber eher unabsichtlich. Ich hätte jetzt gar nicht mehr auf dem Schwimmen gehabt, dass wir das letzte Tora, Tora, Tora hatten. Bei mich war es einfach so, ich habe mich aufs Musicalregal gestellt, habe gedacht, okay, jetzt musst du was gucken, was auch in Wiederaufhung passt. Es darf ja nicht zu jung sein, schmeiß da raus, und worauf du Lust hast. So, und dann hatte ich dann halt gedacht, Annie, kein Bock. Dann habe ich gedacht, Oliver, keine Lust. Dann hatte ich gedacht, nee, da habe ich das erst gesehen und so lang. Dann so spezifisch, oh ja, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, oder Daddy Langbein, das war meine Alternativdings mit Fred Astaire. Und dann habe ich so gedacht, ach, jetzt kommt die Ironie hier hinter, oh, jetzt hat es keinen Bock auf eine Liebesgeschichte zwischen einem alten Mann und einem jungen Mädchen. Tja. Das Stichsal schlägt immer zu. Nee, und ich hatte ja immer Bock, ich hatte immer wieder Bock auf Musical, wie gesagt, weil das ja wirklich ein Genre ist und habe das ja auch versprochen, gerade vor allen Dingen auch in Hinblick auf Dennis versprochen, dass ich Musical immer wieder mal reinbringen wollte. Und dann hatten wir ja auch... Mit diesem Kriegsfilm hat keiner gerechnet, glaube ich. Ja, da war ja auch der junge Mann, der diese Kriegsfilme ja auch ganz viel vorgeschlagen hat und der Teufel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch spezifisch auf der Liste war. Ich glaube nicht. Das glaube ich auch nicht, aber... Hier noch ein Tipp für dich. Nee, aber dazu habe ich mal nicht asiatisch mitgebracht. Ich hatte nämlich auch einen Film, den ich unbedingt noch sehen möchte, aus Korea. Den habe ich mir jetzt verknüpfen. Und was nicht heißt, dass er nicht noch mal kommen wird. Aber ich freue mich, dass ich ein Musical wieder gesehen habe. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Bock auf Musicals und ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt mal ein bisschen mehr Broadway-Stream wieder ein bisschen mehr runtergucke und das, weil ich ja immer so ein Phasentyp bin. Aber ich kann schon sagen, das hat trotzdem wieder bestätigt, dass Musicals mein absolutes Lieblingsfilm-Genre sind. Und ich glaube, diese Aussage, wenn das an einem Lieblings-Genre verbracht wird, hört man sehr selten. Ich wollte noch mal kurz einhaken, du hattest gesagt, du fandst den Film relativ kurzweilig. Ja, fand ich. Und du hast ja auch, hast du vorhin einmal erwähnt, der Film geht ja knapp zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, 37 Minuten. Je nachdem, ob man eben DVD oder Blu-Ray hat, ist das ja mit Abschwerdgeschwindigkeit. Und dann gibt es anscheinend noch diese Roadshow-Version, die knapp drei Stunden anpeilt. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, so zweieinhalb Stunden. Ach ja, wir gucken ja im Musical, dann ist ja eine Intermission drin. Dann kann ich ja, dann ist ja entspannt, dann guckt mal so eine Stunde, anderthalb Stunden geht das, dann ist eine kurze Pause und dann gucken wir noch mal die andere Stunde, dann ist das ja wieder schön so häppchenweise. War so mein Gedanke, so zwischendurch habe ich so gemerkt, ja, das habe ich früher auch nie gedacht. Aber ja, das wollte ich noch so irgendwie kurz mal loswerden dazu. Ja, wir haben diese Folge ein bisschen spontan eingelegt, deswegen habe ich eigentlich auch, ich hatte eigentlich gedacht, ich wollte noch so zwei, drei Sachen vorneweg auch mal wieder erwähnen, aber das habe ich mich jetzt halt nicht vorbereitet. Stichwort neue Podcasts oder so, die ich noch höre. Deswegen kann ich schon gar nicht mehr sagen, welche ich da so habe. Relativ neu, oder hast du jetzt gerade noch was? Dann mache ich das jetzt einfach. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, aber ich habe auch keinen neuen Podcast. Ich höre auch noch Märchenstunde Podcast aktuell aus dem deutschen Raum. Relativ frisch ist der Kino 90 Podcast, die wollen, weil das Jahr 1990 oder die 90er sind jetzt schon fast 30 Jahre her. Dieses Jahr ist 1990 30 Jahre her und versuchen sie monatlich die Kinostarts in Deutschland so durchzugehen und eben mal zurückzuschauen. Ist jetzt sozusagen viel noch so 89 oder Oh, das ist aber ein aufwendiges Ding. Das kriegen Sie hin? Ja, ja, also auf jeden Fall immer ordentlich Stoff. Natürlich auch manchmal so dieses, ja, zwei, drei Filmtitel vorlesen, so, okay, ja, keine Ahnung, so ungefähr, aber eben dann auch mal in die Tiefe gehen und so. Kino 90, Kino 90s, also ich glaube, mit einem S auf jeden Fall noch hinten dran, schreibt er sich, ist auch bei Twitter zu finden und eigentlich in jedem Podcatcher. Der ist relativ frisch bei mir drin gelandet und ja. Das finde ich sehr beachtlich, also ich finde das sehr, sehr schwierig. Also ich habe das zum Beispiel gehabt, gut, dass jetzt wieder zu weit hüpft, aber in unserem anderen Podcast, Seine Oase, da habe ich ja mit Kate zum Beispiel diesen Kate-Drama-Jahresblick gemacht von 2019, wo wir dann versucht haben, mal so ein paar gewisse Sachen rauszugreifen, was ja so gelaufen ist und das war so extrem schwierig, weil ja auch so ein Riesenüberwand immer rauskommt, also was ja jeden Monat rauskommt und dann hat Kate, die sind ja auch mehr in Chinesisch geguckt und alles und hat den dann auch, obwohl das Kate-Drama-Podcast war, hat den immer nur China auch reingebracht bei jeder Sache, wo ich mir dachte, nee, das ist China und da habe ich schon gemerkt, wie schwierig es da überhaupt diesen Überblick zu behalten, schweige denn halt auch zu allem eine Meinung zu haben. Da mussten wir auch schon eingrenzen, also deswegen Respekt. Und der andere, der ist nicht mehr ganz so frisch, aber auch noch nicht wirklich alt, den hätte ich eigentlich beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon besser erwähnen können. Untersammlung heißt der, nee, Untersicht. Untersammlung? Untersicht. Sucht mal nach Untersicht und nach Untersammlung. Falls ihr noch weitere frische Filmpodcasts hören wollt, da ist der Johannes aktiv. Ja, genau, den höre ich jetzt mittlerweile auch noch. Überlege bei manch anderen Podcasts immer noch, ob ich den nicht mal kicke. So ein relativ großer. Und was wollte ich noch erwähnen? Ja, wir gehen ins siebte Jahr. Ich glaube jetzt hier zum Aufnahmezeitpunkt sind wir noch im sechsten Jahr und ich glaube morgen oder übermorgen vom Zeitpunkt der Aufnahme aus gesehen feiert Wiederaufführung. Quasi sechs Jahre existieren wir dann schon insgesamt seit Veröffentlichung der ersten Folge. Ich glaube 22. März ist die erste Folge damals 2014 rausgekommen, hatte ich nachgeguckt. Die Nullnummer, glaube ich, sogar eine Woche vorher schon. Wir haben also mal wieder Geburtstag, schon wieder ein Jahr geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt am 31. August bei Selenohars rauskommt, habe ich auch einjährigen Geburtstag. So ein paar Tage hin, 31. August. 31. März. Ich würde sagen, so lange ist es doch gar nicht hin, was? Gut, das wird drüber gesprochen. Was? So lange ist es doch gar nicht hin. Nein, es ist 31. März, also jetzt, wenn der nächste Podcast, bei dem wir, egal was jetzt auch werden, bei uns am Selenoharskommt, haben wir auch einjähriges tatsächlich schon. Sehr, sehr schön. Der Ausblick bei Wiederaufführungen, du hast gesagt, eventuell dann wieder ein Musical. Ich hatte ja schon gesagt, angekündigt, wir werden uns für die weiter alte deutsche Filme anschleppen und habe schon wieder vergessen, welcher der nächste ist, chronologisch. Wir sind aber, nach Orlachshenem Stummfilm, kommen wir, bin ich mir zu 99% sicher in der Tonfilmzeit an. Ich habe aber jetzt gerade die Sortierung der Filme, die da auf der Liste stehen oder die im Regal bereitstehen. Ich habe schon gesehen, ich habe einen kurzen Blick geworfen. So viel schwarz-weiß. Naja, das stört mich, ich habe es gar nicht. Also ich habe auch gegen Stummfilme nichts, aber bei Stummfilmen habe ich auch das Problem, dass ich da relativ häufig das Problem habe, wach zu bleiben. Naja. Das ist wirklich, dass ich dann in Ruhe, Unruhe aufdecke, glaube ich tatsächlich, bei mir selber. Das ist dann eben so. Also ich möchte gar nicht so viele Musicals dieses Jahr noch mal zeigen. Vielleicht kommt da noch mal eins rein. Also ich versuche ja immer so abweg zu wechseln. Das heißt, das nächste Mal wird bei mir auf jeden Fall nicht Amerika kommen. Das heißt, also ich würde dieses Jahr noch mal die Erben besprechen, aber wahrscheinlich nicht im nächsten Podcast. Von daher macht das relativ spontan, so wie heute. Ja, also auch nächsten Monat wird es dann eine Wiederaufführung Ausgabe geben, dann wieder ein alter deutscher Film. Wir sind dann, glaube ich, knapp noch so an der Schwelle zu den 30ern. Naja, Ich habe die jetzt nach Jahren geordnet und von alt zu in Anführungszeichen jung. Was heißt jung? Werden wir uns so von 1930 bis 1950 so in diesem Dreh bewegen. Okay. Also wieder tief in das, in das, ja, kritisch zu betrachtende Kino dieser Zeit. Carly, nutze ich es für dich, hol mal die 80er raus. Ja, ihr könnt uns natürlich kontaktieren, wenn ihr möchtet. Wiederaufführung.de ist die Anlaufstelle für unsere Webseite. Da findet ihr auch das Archiv, alle möglichen Folgen. Könnt kommentieren, worüber wir uns sehr freuen. Wir sind auf Twitter at Wiederaufführung. Aber wer bei Twitter Wiederaufführung einen gibt, der sollte uns auch finden. Du, genau, es gibt noch den Serienoase-Account. Mein persönlicher Account ist Max88 WM-E-X-88 Möchtest du auch noch deinen Account verraten? Mein Twitter-Account ist Carly Sun 2. Da ist vor allen Dingen K-Drama, C-Drama, ostasiatische Drama, Action. Mir tut das immer so leid, weil in den ganzen Film-Podcasts Und vor allen Dingen überwiegend Englisch machst du, glaube ich. Ja, genau. Also bei mir ist das das Problem, ich freue mich immer, wenn mich die ganzen deutschen Film-Podcasts tatsächlich immer aiden. Aber dann bitte würde ich empfehlen, mach das über serienoase.de Also bei serienoase Twitter-Account, weil dann habe ich das, der ist halt deutschsprachig und da bringe ich halt relativ mal kurz, ob ihr draufklicken wollt oder nicht, aber dann halt immer so eine Kurzrezension raus, für aktuelle Serien, die sich dann lohnen und da schreibe ich dann halt auch gerne auf deutsches mal meinen Carly Sun 2-Account. Das war sehr unterhaltsam, aber auch sehr mädchenhaft und vor allen Dingen ist es der sehr international, weil ich da mit meinen ganzen internationalen Freunden rede und es ist grundsätzlich nur Englisch und nur Serienwelt. Ich weiß nicht, ob das denn für euch interessant ist tatsächlich. Ohne das rausschmeißer noch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es in der anderen Folge noch erwähnt habe. Wir waren beim Cinematic Smash Team Tournament am Start. Das ist nicht erwähnt, Max. Ich glaube nicht, im ersten Viertelfinale, im Viertelfinale 2 des Turniers und der Gegner war L'Equipe Mayons und wie das Duell ausgegangen ist, das müsst ihr dann schon selber hören, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen noch und ich kann auf jeden Fall sagen, wer sich an, oh Gott, welches Spiel war das Champions League Finale vor x Jahren Liverpool gegen, wo es schon zur Pause 3 zu 0 stand und dann noch ein ungeheures Comeback, ein unglaubliches Comeback stattfand, bis zum 3 zu 3, Verlängerung, Elfmeterschießen. So etwas Ähnliches erwartet euch auch in diesem Viertelfinale des Cinematic Smash Team Tournament L'Equipe Mayons gegen Kammer Kammer Chameleon. Auch da wünsche ich dann viel Spaß beim Hören. So, damit haben wir es glaube ich für heute. Das war Wiederaufführungsausgabe Nummer 166 South Pacific und wir hören uns dann spätestens in einem Monat wieder. Salzchen. Ciao, ciao. Eins. Eins. Eins.